So, moin moin, ein frohes neues, auch von mir, zum Start ins neue Jahr, wie immer ein neuer Witz. Da gehen zwei Typen, das könnten Timo und Danny sein, gehen zum Ikea, wollen schön shoppen gehen, sich neu einrichten. Dann sagt Danny so, hier, was ist denn das, was sind das, was sind das hier mit den Pfeilen auf dem Boden auf sich? Die gehen ja nur in eine Richtung. Ja, Ikea ist ein Einrichtungshaus. Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über Ghostbusters innen, jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie's mit den Spenglers weitergeht. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Hallo und ein verspätetes frohes neues Jahr an alle und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast Spectral Radio und mit mir wie immer hier, ich freu mich sehr, ist der Timo. Hallo. Frohe Weihnachten, ihr Vögel und Vögelinnen. Frohster, nee. Ja, nein, aber es ist ja, wir waren ja schon so lange nicht mehr da. Ja, wir sind spät dran. Das ist richtig, das ist richtig. Und jetzt ein alter Frische zurück im Sattel, back in the saddle. Back in the saddle, allerdings. Und das fühlt sich irgendwie komisch an. Ist das so? Ja, ich weiß nicht, weil es schon so lange her ist. Ich meine, es sind ja im Prinzip nur vier Wochen gewesen oder so, vier oder fünf Wochen, die mir aber vorkamen, als wären sie eine Ewigkeit her. Ähm, ja, das mag sein, ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Das ist ja, schuld daran ist mein Modem gewesen. Leute, entschuldigt bitte. Ich bin dran schuld, dass ihr vorher keine Spectral Radio Folge mehr hören durftet. Weiß ich, mein Modem, äh, mein Modem ist den Weg alles Irdischen gegangen und spukt vielleicht demnächst hier als Geist herum. Man weiß es nicht. Aber jetzt habe ich ein neues und, äh, einen Tag später bin ich hier. Ja, zum Glück. Und wir können die Arbeit wieder aufnehmen. Ja! Sehr schön. Danny. Let's get to work. Ja, bitte. Danny, wie, frohes neues Jahr erst mal, äh, dir auch? Wir, wir haben es doch zwischendurch schon gesprochen. Ja, aber jetzt ganz offiziell mal hier so für die Öffentlichkeit. Ja, okay, dann, dann dir auch. Die Geflogenheiten geflogen werden und so, ähm, die, die Etikette und alles, äh, äh, ja, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Erzähl doch mal, wie war das, wie war das, wie war das so? Ereignislos, also irgendwie war das dann so, äh, mit Freunden. Äh, äh, so Spieleabend gemacht. Ich bin jetzt schon neidisch. Und, ja, weiß ich nicht. Und, äh, und, äh, als, äh, als es dann soweit war, äh, sind wir bei YouTube versackt und, äh, haben dann irgendwann gemerkt, ach, Mensch, ja, hier, frohes neues Jahr. Stoßt ja eigentlich an? Nö, nee, wir auch nicht. Okay, ja, frohes neues Jahr. Und dann, da war das auch schon, da war dann auch schon alles. Das war dann der, der Höhepunkt. Das hört sich doch geil an, ne? Ja, ja. Nee, war auch, war auch schön. Also, ich mag das sowieso nicht, so diesen Trubel und, äh, Knallerei und sowas finde ich auch immer ätzend. Von daher bin ich immer froh, wenn ich da mal ne Ruhe hab. Ja, ich hab so das Gefühl gehabt, dass dir dieses, also letztes Jahr, äh, nee, ist ja schon dieses Knall, geknallt wird ja erst ab dem ersten Januar, also, dass dir dieses Jahr viele Leute zugestimmt haben. Ja, das war allgemein sehr wenig Knallerei. Ja, ich find's gut. Ich bin da froh drum. Die Tiere danken es einem auch. Von daher, äh, ja. Ich lass mir meine Knallerei nicht nehmen. Ach ja, äh, keine Ahnung. Das ist mein Recht als Bürger. Quasi mein Bürgerrecht. Mein Hamburgerrecht. Ach Gott. Ja, solche, solche Sprüche lese ich dann auch immer wieder und denke mir immer so, ja. Ja. Okay. Da nimmt man einem, äh, ganz krass was weg. Das, das stimmt. Ja, ja. Ich, äh, ich hab ja nie, äh, geknallt. Ähm, nee, das klang falsch. Das war auch nur eine falsche Aussage. Ey, ich wollte jetzt extra nichts sagen, damit's nicht, nicht, nicht wieder heißt, oh, der Danny, der ist schon wieder so, so versaut hier. Ähm. Ähm, ich hab niemals Baller hochgejagt und so. Das war aber auch gar nicht nötig, weil man musste immer nur raus. Das haben die anderen schon gemacht. Ich fand das sehr nett von denen. Also, ich musste ja gar nichts machen. Ja. Ich außer Acht geben, dass ich nicht in die Luft gejagt werde von irgendwelchen. Aber das, das ist doch schön irgendwie, äh, das ist so schöne, ähm, deutsche Tradition. Du weißt dann so zum Jahreswechsel, wenn lauter Besoffene, die komplett ihre Zurechnungskeit, äh, äh, Zurechnungsfähigkeit verloren haben, dann mit, äh, Sprengstoff rumhantieren. Großartig. Großartig. Ja. Das ist schon, schon in Ordnung. Ja. Guter deutscher Tradition. Ich hab nur, äh, Jurassic Park Monopoly gespielt. Erst haben wir, äh, äh, Thor, Thor geguckt. Thor, äh, wie hieß der? Thor, Thor, Thor 3 oder den Song? Thor, ja. Äh, nee, nee, Thor, Thor 3, glaub ich. Das, das war der mit Jeff Goldblum, oder? Thor 3 war der mit Jeff Goldblum, äh, mit Jeff Goldblum und Galadriel. Äh, Dark Galadriel. Ja, das war der. Dann haben wir den erst geguckt, dann haben wir Monopoly gespielt mit Dinosauriern. Darf ich kurz fragen, wie du Thor 3 findest? Es wäre beste. Ich, äh, ich weiß, ich weiß, äh, da scheinen sich die Geister. Ja, viele sagen, er ist das Schlechteste überhaupt und ich find den cool. Weil ich find, äh, der hat, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Marvel-Filmen so eine eigene Persönlichkeit. Musikalisch auch irgendwie, da ist was hängen geblieben. Ich, also, musikalisch muss ich dir recht geben. Musikalisch würd ich fast sagen mit, äh, Guardians of the Galaxy würd ich den sogar als besten Marvel-Film musikalisch einordnen. Aber ich, keine Ahnung, also, ich konnt mit dem Film so gar nichts, äh, anfangen. Ich hab den im Kino gesehen und hab dann gedacht, naja, ich geb dem nochmal eine Chance und guck den auch nochmal zu Hause. Und fand ihn dann sogar noch schlechter. Ja. Mit dem, aber, aber ich muss auch sagen, grundsätzlich hat er auf jeden Fall mehr Charakter als der zweite. Ja, ähm, den hab ich auch, ich hab, glaub ich, die Thor-Dinge hab ich sogar alle im Kino gesehen. Und den zweiten fand ich auch gut, ich mag die Thor-Filme, ich mag Thor als Figur. Ich find den ersten immer noch sehr, sehr cool. Ich find auch den Christian Hemsworth, der macht das ganz gut. Der passt echt gut in die Rolle, ja, definitiv. Aber ich find's halt auch cool, wie mit der Figur umgegangen wird, also, ich hab auch so ein bisschen Frieden mit Marvel gemacht. Keine Ahnung. Aber ist schon richtig, also, der dritte, viele sagen, der ist, das war jetzt gar nix, aber für mich hat er ja viel, was ich mag. Ja, ja, ich mag die, äh, Walküre, oder, äh, heißt die Walküre im Film? Ich glaub, der Charakter heißt sogar so, oder? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ist auch egal. Und, ja, und wenn Jeff Goldblum irgendwo mitspielt, hat der Film eh gewonnen. Da bin ich voreingenommen, ne? Ja, ich find's immer, immer, ähm, ganz cool, wenn du ne Comic-Verfilmung hast, wo du ne Figur einbaust, die optisch und auch so sonst einfach gar nichts mit der Vorlage zu tun hat, aber im Film irgendwie sogar noch besser ist. Also, wenn das einfach ne coolere Interpretation ist. Das, 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 das find ich immer ganz cool und ich fand das bisher der Fall. Ich, ich mochte halt die, äh, Antagonistin, also hier die, äh, Cate Blanchett war das, glaub ich, weiß jetzt nicht mehr, wie der Charakter hieß. Äh, Galadriel mit Hörnern. Galadriel mit Hörnern. Und, äh, ja, seine, seine, seine böse große Schwester, äh, und ich mag dieses, dieses, ähm, Zusammenarbeiten zwischen Thor und Loki. Das find ich immer ganz cool. Und ich mag nordische Mythologie, deswegen, wenn dann, wenn dann so ein Riesen-Fanriss auftaucht, äh, bin ich dabei. Mhm. Ja. Und jetzt wisst ihr auch, warum ihr so lange gewartet habt auf den neuen Ghostbusters-Podcast, auf die neue Folge, ja? Richtig, damit wir über Thor 3 reden, genau. Ja. Ja. So ist das. Aber wir haben heute auch noch ganz, ganz viele Ghostbusters-Themen, deswegen soll es uns verziehen, dass wir hier auch mal, ich mein, das Schöne ist ja, jede App hat ja so eine Vorspulfunktion, wo man so ein paar Sekunden weiterspringen kann. Ich find das faszinierend, dass es Menschen gibt, die das anscheinend, also die sich dieser Funktion nicht bewusst sind und dann sagen, ja, ihr redet immer so viel über euch so, zu Anfang. Und ich denk mir so, ja, überspring's doch einfach. Ja, ich, da hat, auch das ist wie Thor 3, jeder hat seine eigene Meinung dazu, ich find's geil, ich, ich red einfach gerne über mich. Ich find mein Podcast geil. Also, das Ding ist, wir würden's ja nicht machen, wenn wir's nicht geil finden würden, also, keine Ahnung, es gehört ja auch ein bisschen dazu. Mal ganz im Ernst, wer, wer was macht, was, also irgendein Format oder eine Kunst oder irgendwas nach außen trägt und, ne, natürlich möchte man, dass das gehört, gesehen wird, weil man's selber gut findet. Das ist ja, ne, man würde das ja nicht machen, wenn man sagt, ach, ich find mich eigentlich total kacke. Das ist ja schon Bullshit. Also, man liebt sich ja auch selber. Bei mir ist das so ein Schwanken. Das ist wie bei Thor 3. Ich spüre einen Running Gag aufziehen. Ja. Ja. Das ist, äh. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Diese Stille zwischendurch einfach mal so, hm, hm, hm. Ja, 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 Mann. Das war's für heute. Ja, mehr ist nicht. Die Leute schreiben mir die ganze Zeit, boah, ey, wenn ihr wieder eine neue Folge macht, das wird dann eine richtig fette Folge. Es hat sich ja so viel getan. Ich frag mich die ganze Zeit, was hat sich eigentlich getan? Hat sich viel getan? Echt? Hat sich viel getan? Ja, wir haben schon ein paar News, die wir heute durchsprechen müssen, weil wir auch zwischendurch uns nicht so extrem viel ausgetauscht haben über manches. Mhm. Außer, dass wir über ein Protonenpack gesprochen haben, aber da kommen wir noch gleich zu. Da muss ich nachher noch ein bisschen ragen. Nein, nicht ragen, aber mal gucken. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Da bin ich gespannt. Ja, also Silvester war cool. War ganz nett. Ja, und die Feiertage? Also Weihnachten, meine ich. Ja, die Feiertage waren auch gut. So zwischen Weihnachten und Silvester war blöd, aber das führt jetzt zu weit. Aber Weihnachten war geil und Silvester war auch geil. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Echt nicht. Das, ja. Aber so gehört sich das. Ich hätte es auch nicht hören wollen, wenn du jetzt irgendwie gesagt hättest, ja, nö, war alles total scheiße. Da hätte ich gesagt, nee, komm. Nee, ich bin. Das geht so nicht. Ich fand das gut. Also es war wirklich Weihnachten war diesmal wirklich fucking besinnlich. Das ist ja, weißt du, immer so dieses Klischeebild, das man so herstellen will und dann klappt das nicht, weil man auf die Familie trifft. Ja, wie soll das dann besinnlich werden? Ja, wenn du dann irgendwie mit der Großfamilie zusammensitzt und in der hinteren Ecke sitzt wieder einer und keine Ahnung. Ja, aber, nee, war gut. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir das inzwischen geändert haben, dass wir das dieses, also letztes Jahr, so ausgesiebt haben, gesagt haben, so diesmal, wenn wir uns was vornehmen, dann wirklich mit Leuten, wo wir auch wirklich hundertprozentig wissen, das wird schön, so. Und das, das war gut. Also das werden wir, glaube ich, jetzt so beibehalten. Ich finde das, ich finde das eh so nervig, dieses, eigentlich möchte ich Weihnachten so in der Form auch überhaupt nicht mehr feiern, dieses, weiß ich nicht, das ist alles so dieser vorgegebene Scheiß, weißt du, einfach, weil es eine Tradition ist und dann macht man dies, dann macht man das und man beschenkt sich und ich finde es einfach nur noch nervig. Ja, ich schenke gerne, ich finde das geil. Ja, aber nicht zu einem vorgegebenen Zeitpunkt, ich finde das viel schöner zwischendurch, wenn ich halt auch wirklich was geben möchte und, weiß ich nicht, ich habe das, ich habe auch immer so das Gefühl, die Freude und die Wertschätzung ist dann viel größer, als wenn man es halt an einem Tag macht, wo man es sowieso macht. Ich mag beides, also ich lasse mich gerne außer der Reihe beschenken, da bin ich ganz ehrlich, das finde ich geil. Zwinker, zwinker. Aber, äh, aber ich mag auch dieses, dieses weihnachtliche Beschenken, aber halt nicht dieses, dieses, boah, ich muss jetzt unbedingt das größte, beste, geilste Geschenk und dann hast du Großfamilie und dann wird noch konkurriert, wäre irgendwie das Kustik, sowas nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich irgendein Geschenk bekomme und das muss halt überhaupt nichts Tolles sein, sondern du merkst halt einfach, derjenige hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, ist das cool und, ähm, so mache ich das dann auch gern. Ja, ist ja auch schön. Keine Ahnung. Das, ja, so ist das, äh. So ist das. So ist das gewesen, genau, ja. Hast du, hast du denn noch, äh, also bevor wir jetzt hier völlig ins, äh, Private abschweifen nach, äh, 14 Minuten, ähm, ähm, hast du denn noch irgendwas Privates, Ghostbusters Relevantes oder? Was Privates, Ghostbusters Relevantes, das ist, das soll das irgendwie eine Fangfrage sein oder so? Ich, ich weiß nicht, wo das Private aufhört und wo das, äh, Offizielle anfängt. Naja, hast, hast du irgendwelches Merch bekommen? Hast du irgendwas dir gekauft? Hast du noch mal Ghostbusters Legacy im Kino gesehen? Zwinker, Zwinker. Ja, den guck ich doch immer im Kino, weißt du doch. Alle paar Tage guck ich den im Kino, weißt du doch. Ja, pfff, da kann ich ja lauter Geschichten erzählen. Ja. Also Ghostbusters Legacy, das erste Mal im Kino gesehen mit, äh, der großen Gruppe, ja, da waren wir zwei ja und haben Spectral Radio quasi, äh, nebenbei laufen lassen. Und in, 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 in Kutte, äh, unterwegs gewesen. Richtig, genau, in Münster, das war cool. Und, ähm, lass mich jetzt nicht lügen. Und dann waren, ich muss ja mittlerweile gucken, dann waren wir beide ja in, äh, Nürnberg mit dem Heiko. Liebe Grüße. Grüße. Und ein paar Tage später war ich in der Ghostbusters 1, 2 und 3 Nacht mit Robert. Grüße. Grüße. Und dann war ich, äh, ähm, paar Tage später mit Hannah in Frankfurt in der Originalversion. Grüße. Grüße. Und dann war ich ein paar Tage mit meinem Kumpel Michel, äh, nochmal gucken. Grüße. Grüße. Michelle, wenn du das hörst, wäre nicht die erste Folge, die ihr hört. Deswegen, äh, dann melde dich bei mir, dann freu ich mich. So, und dann war ich, dann war schon der 1. Januar, am 1. Januar, war ich auch nochmal mit dem Uwe im Kino. Grüße. Grüße. Der hört das ja. Der Uwe hört das. Der Uwe, der verpasst keine Folge. Der Uwe ist, ist auf jeden Fall, da weiß ich genau Bescheid. Uwe. Du lernst dazu, Timo. Kannst mal zurückgrüßen, gell? Ich würde übrigens so lachen, wenn er das jetzt nicht gehört hat. Was? Uwe doch nicht. Das ist der allererste, der das hier hört. Mhm. Natürlich. In aller Ausführlichkeit. Ja, ja. Ja, und dann die Woche drauf. Also, das war, glaube ich, schon letzte Woche oder irgendwann war das, keine Ahnung, was haben wir jetzt vor. Auf jeden Fall, dann war ich nochmal mit dem René. Grüße. Grüße. Der hört das auch. Ja, und jetzt, wo wir das aufnehmen, haben wir den 20.01.22. Viele Zweier im Datum. Und lass mich nicht lügen. Und nächste Woche, Mittwoch, am 26. gehe ich nochmal. Grüße. Das ist dann der allerletzte Tag, wo der im Kino läuft. Okay. Ja. Ich würde ja gerne nochmal mit dir, bevor wir das jetzt hier in dem Rahmen besprechen und das hier eine Fünf-Stunden-Episode wird, ich würde ja gerne tatsächlich nochmal eine Film-Nachbesprechung mit dir machen, weil der jetzt am 27. bei Prime und so weiter verfügbar ist. Also digital in Deutschland erscheint. Und ja, Anfang Februar die Blu-Ray-Releases und so weiter kommen, werde ich den ja eh mir auch nochmal ein paar Mal reinschrauben. Dann auch endlich mal im O-Ton. Und ich würde dann tatsächlich auch gerne mal wirklich nochmal so eine Nachbesprechung machen wollen, so wie sich vielleicht manche Sichtweisen geändert haben. Ich weiß ja nicht, wie sich bei mir vielleicht manche Dinge dann noch verändern. Ich habe ja jetzt gerade so echt, das hatte ich dir ja im Vorgespräch schon gesagt, für mich ist jetzt so der Abstand. Ich habe nach dem dritten Mal gucken im Kino halt so groß geworden, dass ich tatsächlich vieles gar nicht mehr so bildlich im Kopf habe. Und ich jetzt einfach genau den richtigen Abstand habe, um den jetzt nochmal gucken zu können und das nochmal so ein bisschen frischer zu erleben. Deswegen, weiß nicht, wenn du auch Bock hast, dann würde ich da gerne nochmal sowas angehen. Ich habe Bock, weil mir hat sich ja nicht viel geändert, seitdem ich das zum ersten Mal gesehen habe. Also keine Sichtweisen, wo du sagst irgendwie, hey, irgendwie die Punkte, die haben sich nochmal geändert oder das bewerte ich irgendwie anders oder ... Es ist eins zu eins dasselbe. Und die Leute fragen sich ja immer, du ja auch, warum guckt der das die ganze Zeit im Kino, wenn wir diese Kritikpunkte haben. Aber ich finde halt trotzdem, genügend Dinge, die mir gefallen. Und es ist auch so ein bisschen mit drin, die Hoffnung, dass er mir noch ein bisschen besser gefallen könnte. Nach dem Motto, ich probiere es nochmal, ich probiere es nochmal. Und ich liebe halt, das bin aber ich halt, ich liebe halt Kino als Location. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Ghostbusters Film im Kino sehen kann. Aber das bin halt ich. Keine Ahnung. Ja, zumal, also sieben von zehn hast du ja irgendwie gesagt. Ja, so pendelig, ja. Ist doch, ist doch okay. Also, keine Ahnung. Ist ja jetzt nichts, wo man sagen würde, wenn es jetzt eine Fünf von zehn wäre, würde ich sagen, okay, da, da, das ist jetzt irgendwie was, da kann, das kann ich nicht mehr mit gesunden Menschenverstand nachvollziehen. Aber, weiß nicht, das ist doch vollkommen legitim. Nee, eine Fünf von zehn, also keine Ahnung. Wenn ich mir studentische Filme angucke, so Abschlussprojekte, die sind dann irgendwie so oft wegen ihren fehlenden Mitteln so Fünf von zehn. Also, das ist nix mit ... Weißt du, meine eigene Filme, die ich damals gedreht habe, das sind so zwei von zehn. Ja, da würde ich eher vier von zehn sagen. Weil der gute Wille ist da und da gibt's immer so Sachen, die man da auch wertschätzen kann. Und es ist halt guter Trash. Also, das muss man dir lassen. Da siehst du mal. Ja. Da siehst du mal und ... Ja. Es gibt Filme, denen ich auch durchaus mal einen halben Punkt gegeben habe. Heute zum Beispiel einen Film, den wir in Rant a Movie demnächst besprechen. Geht bald weiter. Werbung. Und da habe ich heute tatsächlich mal einen halben Punkt gegeben. War echt sauer, nachdem ich den gesehen habe. Also, da muss ich ein bisschen ragen, glaube ich, in der Sendung. Also, ja, furchtbar. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wenn wir von der Zehner-Skala gehen, also, ich verwehre mich ja immer diesem Fünfer-System, das da bei zum Beispiel Letterbox ... Ja, das ist ja mein Bewertungssystem im Prinzip. Ja, gut, ja, das könnten sie auch mal updaten, aber gut. Aber ich beurteile immer so einen Zehner, weil ich finde ein Schulnotensystem schon zu grob mit Note 1 bis Note 6. Aber so 0,5, da würde mir jetzt gar nichts einfallen. Das ... Keine Ahnung. Das spricht aber dafür, dass du dir noch nie so richtig beschissene Filme angeguckt hast, freiwillig. Ja, es gibt ja auch Filme, die ich inhaltlich vielleicht total beschissen finde oder wo ich große Schwierigkeiten mit habe, aber dann schätze ich, dass zumindest die Kameraarbeit zum Beispiel professionell ausgeführt wurde oder die Beleuchtung ist geil. Das hat ja alles damit zu tun. Das ist ja wohl das Mindeste, wenn ich einen Film gucke. Ja, das sind aber keine Selbstverständlichkeiten. Ja, ich finde, im gewissen Maße sollte das schon eine Selbstverständlichkeit sein, wenn es nicht irgendwie ein Schülerprojekt ist oder so. Da denke ich mir auch so, ja, da kann man das wertschätzen, aber nicht, wenn ich mir einen Film angucke, der professionell produziert ist. Also da setze ich ... Das ist ja das absolut Mindeste. Ja, das Schülerprojekt, das bekommt dann die zwei von zehn Punkten, weil es eben nicht anders kann. Ist ja nicht böse gemeint, sondern ist einfach ... Ich versuche das dann neutral zu betrachten und dann sieht Tor 3 einfach besser aus. Ich würde doch mal behaupten, dass es Schülerprojekte gibt, die deutlich besser sind und mehr Herz haben als größere deutsche Produktion. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, mehr Herz auf jeden Fall, mehr Leidenschaft vielleicht auch, aber halt einfach nicht die Mittel, dass es dann irgendwie optisch ... Ja, keine Ahnung. Ist doch egal. Ist doch egal. Wen interessiert das? Wir haben so viel Ghostbusters mit sich zu reden und wir kommen einfach nicht zum Thema. Nee, nee. Das ist ja auch mein Ding. Der Feine, ja. Auf einmal macht er sich hier Gedanken, ob er einmal eine negative Kritik bekommen hat. Grüße. Kritiken sind mir völlig egal, ernsthaft. Ich fand's auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Das ist immer so, weißt du, mir geht's immer so, ich lese sowas und denke mir dann einen kurzen Moment so, ah, was ist denn das? Was ist denn das für eine Scheiße? Dann denke ich mir so, das ist auch ein bisschen lustig. Keine Ahnung. Ich glaube, man sollte manchmal entspannter mit sowas umgehen. Natürlich. Natürlich. Außerdem ist das völlig legitim, wenn die Leute einen scheiße finden. Ja, natürlich. Man kann ja auch nicht jedem gefallen. Ich meine, wenn ich einen Podcast höre und mir gefällt die Machart nicht und die Stimmen und keine Ahnung, dann klar ist das dann nicht mein Fall. Also das kann ich auch keinem negativ irgendwie auslegen, wenn er uns nicht mag. Ja. Ja, ich meine, ich mag uns auch nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist er aber auf. Ja, keine Ahnung. Jetzt fühle ich mich aber beleidigt von dir. Nee, nee. Doch. Ich habe ja gesagt uns. Also das beinhaltet mich ja auch. Ja, aber mich ja auch. Was fällt denn dir ein? Nee, mir geht es darum, also ich, 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 ich mag unsere Stimmen, ja. Also deswegen mache ich das halt auch. Ich mag dieses Stimmen-Pingpong, weißt du, dann redest du, dann rede ich. Ich finde, wir haben ganz angenehme Stimmen. Ähm, ich finde, ich finde, äh, unsere Persönlichkeiten sind problematisch. Aber die Stimmen, die Stimmen sind geil. Oh Gott, ey. Wollen wir in die News reingehen? Ja, richtig geil, ey. Ja, ich fang an. Also Leute. Ja, warte, wir müssen noch kurz den News-Jingle einspielen hier. Das war gerade ein schlechter Punkt zum Reinschneiden. Spectre Radio News. Jetzt. Okay. Gut, Leute. Danke. Am, am 1. Januar kommen, äh, Ghostbusters 1 und 2, äh, beide wieder im Fernsehen. Auf ZDF Neo in HD, ohne Werbung. Geil. Mit Abspann, also, ja, das ist das Geilste, was ihr neben einem physischen Release, äh, euch reinziehen könnt. Ja, also vormerken. Das ist die wichtigste News direkt am Anfang. Ja. Cool. Der Danny scrollt jetzt durch, um, um zu gucken, was sich so getan hat. So ist es, so ist es. Okay, komm. Man muss ja erst mal so ein bisschen, so ein bisschen gucken, was, was kam nach unserem, äh, Podcast. Es sind eine ganze Menge YouTube-Premieren, die lassen wir mal außen vor, oder ist zu viel? Ja, die würde ich jetzt mal weglassen. Eigentlich, die Leute wissen ja eh, dass jede Woche irgendwie eine neue Real-Ghostbusters, eine neue Extreme-Ghostbusters-Episode kommt. Wobei, Extreme-Ghostbusters ist ja jetzt durch. Extreme-Ghostbusters ist durch. Letzte Woche haben sie drei Real-Ghostbusters-Folgen rausgehauen und noch nicht mal zu den festen Terminen. Einfach so, ähm, ich, ich schneide einfach mal eine News-Meldung an und dann, äh, kannst du mir ja sagen, was du davon, äh, hältst. Ja. Ja, ähm, ja, wir schreiben das Jahr 2021, da noch. Ähm, und, äh, England entschließt sich, äh, die Altersfreigabe für Ghostbusters hochzustufen. Wegen einer, ähm, prekären, äh, Sex-Szene. Aha. Ja. Was, was hast du dazu zu bemerken? Hm. Findest du das gerechtfertigt? Mich hat das nur peripher tangiert. Ja, den, äh, Dan Ackroyd hat das, äh, auf der anderen Seite tangiert. Richtig. Aber, ich weiß nicht, ich find auch den Screenshot sehr schön gewählt bei deinem, äh, ähm, Artikel. Na, auf der wunderbaren Seite. Ghostbusters-deutschland.de Ähm, und, äh, ja, weiß nicht, also, hat ja jetzt mit uns hier in Deutschland nichts zu tun, von daher ist mir wurscht. Und selbst wenn's hier, hier so wäre, ist es mir wurscht, weil ich bin, äh, alt genug, dass ich den gucken darf. Aber, ja. Aber lass uns doch mal kurz drüber reden. Findest du das, warte, ich muss da mal draufklicken, ich muss da mal draufklicken, um zu sehen, was sich da tatsächlich getan hat. Der war vorher, Kinder unter zwölf Jahren in Begleitung von Erwachsenen durften ihn sehen. Und jetzt dürfen ihn halt nur ab zwölfjähriger aufhören, egal ob Erwachsene dabei sind oder so. Findest du das angesichts dieser, dieser, dieser versauten, äh, dreckigen Szene gerechtfertigt? Würdest du sagen, das ist eine Szene, die, die Kinder, ähm, kaputt macht, oder? Ja, ich glaube nicht, dass es darum geht, Kinder kaputt zu machen, aber es ist ja halt schon was, was sexuelles. Moralisch. Was sexuelles. Moralisch meine ich. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Wenn das in den USA passiert wäre, wär's, glaub ich, für mich weniger überraschend gewesen. Aber in Großbritannien find ich's schon ein bisschen, also, das hätt ich eigentlich nicht gedacht, dass sie ja so ein bisschen, ein bisschen brüder oder strenger sind. Und, ich weiß es nicht, ich, ich kann halt nur aus eigener Sicht sagen, ich hab den Film ja auch irgendwie mit, mit vier oder fünf Jahren gesehen. Ich hab das nie verstanden, diese Szene als Kind. Keine Ahnung, ich hab das erst sehr, sehr viel später verstanden, was da eigentlich passiert. So, weiß ich, vielleicht war ich 13, 14, ob ich das erst kapiert habe, was da Sache ist. Oder noch älter. Keine Ahnung. Und, weiß ich nicht, ob das, ob das Kinder schon so sehen und dann sagen, ah, das ist aber was Sexuelles, das verstehe ich nicht, das verstört mich. Ich glaub, Kinder, wenn sie's nicht verstehen, fragen sie eher. Und ich glaube, dann ist es ja immer noch Sache der Eltern zu sagen, hey, entweder erklär ich das jetzt, oder ich sage, hey, erklär ich dir, wenn du alt genug bist. So, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, find's irgendwie übertrieben. Ich hab mir, ich hab mir damals gedacht, lustig, die hat eben die Hose aufgemacht. Hi, hi, hi. Ja, ich glaube, als Kind siehst du das auch eher, eher so, haha, guck mal, da geht die Hose auf, haha. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man den Film deswegen hochstufen muss. Ich mein, der ist jetzt nicht massiv hochgestuft worden, aber ... Das wär's, oder so, ab 18 jetzt irgendwie. Ich würd mal behaupten, dass man die Filme auch gut unter zwölf Jahren gucken kann, wenn man jetzt nicht irgendwie empfindlich ist. Ich mein, klar, weil so Szenen in Ghostbusters 2 oder vielleicht auch im ersten, wo's halt ein bisschen gruseliger ist, weiß nicht, Stichwort der Zombie. Also, Taxifahrer oder so was sind vielleicht Sachen, wenn du als Kind ein bisschen empfindlicher bist. Das ist ja nun mal von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ähm, glaub ich, ist das schon ein bisschen schwierig, aber ... Keine Ahnung, ich glaub, das steht immer noch, elternfrei zu entscheiden oder einzuschätzen, wie sehr ein Kind das so verarbeiten kann. Ja. Nee, ich finde, bei unserer deutschen FSK, wo du so Sprünge hast von FSK 6 zu FSK 12, ist es durchaus okay, zu sagen das ab 12. Allein schon auch, weil ein Sechsjähriger, dem entgeht ja alles. Also, der kann ja eigentlich ... Der hat dann die Laserstrahlen und Geister und das war's dann. Der versteht die ganzen Witze schon gar nicht und so. Ob's jetzt schlimm ist oder so, muss man ermessen irgendwie von ... Ich find's halt immer lustig, wenn ich so Ami-Eltern mitbekomme, die ihren Kindern das dann zeigen, wenn die, keine Ahnung, drei Jahre alt sind oder so. Und denken mir so, ja geil, kann doch gar nix damit anfangen. Aber gut. Also, ich konnte damit schon was anfangen. Wie gesagt, die hatten coole Geräte auf dem Rücken und waren lustige Typen und da waren Slimer und die strahlen und das hat mir gereicht als Kind, um mega unterhalten zu werden. Also, ja. Ich weiß noch, dass ich in dem Alter mit drei oder vier Jahren hab ich immer Captain Future geguckt. Ich hab nichts verstanden. Ich fand's cool, da ist ein Raumschiff geflogen und die Figuren waren bunt, aber inhaltlich hab ich nix gerafft. Keine Ahnung. Ja, ich war ja schon ein bisschen, also ich war ja vier oder fünf. Ich glaub, fünf war ich, als ich die Filme gesehen habe. Okay. Da hab ich doch nix mit Ghostbusters zu tun haben können, als ich fünf war. Ja, weil da noch ein Jahr, braucht es noch ein Jahr, bis der im Kino kam. Ja, du bist ja, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber du bist ja ein bisschen älter als ich. Das müssen wir erwähnen, allein dafür, deswegen, damit das Titellied weiter verwendet werden kann. Liebe Grüße und nochmal vielen Dank an Daniel an der Stelle. Ja, hi Daniel. Ich hör grad eure Groundhog Day-Folge, mega geil. Ja, find ich cool. Ich hab noch eine Stunde vor mir. Also ich hör die schon seit einer Woche, nonstop durch. Ich hab noch eine Stunde vor mir. Das ist so geil. Ja, kann man hier mal empfehlen an der Stelle. Ja, ich find das toll, ich find das geil, weil das ist ja nicht so wie bei uns, wo das irgendwie so Pausenfüller-Formate sind, sondern du kannst dich dann richtig auf so einen Film einlassen, der dann in aller Ausführlichkeit besprochen wird. Und ihr seid ein cooles Trio in der Folge. Auf jeden Fall hört das, hört euch das an, Leute. Aber die haben das eh schon alle gehört. Ich hab ja drauf verwiesen, weil wir mit Spectroradio nicht in die Gänge gekommen sind, wegen meiner einer, meinem einen. Schäm dich. Ja. Okay. Gut, okay, das war so ein bisschen. Haben wir, sag mal, haben wir letztes Mal schon über das neue Videospiel geredet, das es eines geben soll? Wir hatten das schon mal erwähnt, weil das ja zumindest von irgendjemandem von Illphonic, von dem Entwickler, ja gesagt worden ist, so nebenbei, dass sie an einem Ghostbuster-Spiel arbeiten und die Meldung, da haben wir tatsächlich noch nicht drüber gesprochen, dass auf einer Veranstaltung, dass Ernie Hudson bestätigt hat, dass er und Dan Aykroyd involviert sind in diesem Videogame. Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich auch, viel mehr ist es auch nicht. Sonst wissen wir dann nicht großartig. Aber das ist ja immer so eine Sache, wenn Ernie Hudson was sagt, dann kann man das ja auf jeden Fall hundertprozentig für bestätigt sehen, weil der ja immer nur Sachen raushaut, über die er eigentlich noch gar nicht reden darf, die sich bisher immer bewahrheitet haben. Von daher, denke ich, kann man das ja schon als gesetzt betrachten. Vor allem ist er auch der Allerletzte, der immer irgendwas erfährt. Das heißt, wenn der über irgendwas redet, dann ist das wirklich schon seit Monaten im grünen Bereich und so. Ja, richtig. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, das ist ja, wenn man sich so bisher die Spiele anschaut, die Illphonic gemacht haben, waren das ja immer so Online-Multiplayer-Geschichten. Ähm, ich glaube, die Erwartungen, die jetzt da viele haben, ja, dass das wieder ein Videogame wird wie 2009 mit so einer fetten Story und so, ich glaube, da sollte man sich ein bisschen von lösen, weil ich denke auch, dass wir hier eher so ein Online-Multiplayer-Spiel kriegen werden. Aber, das wäre auch was, wo ich sagen würde, wäre ich vollkommen fein mit, weil das ist genau das, was ich mir tatsächlich wünsche. Also so ein, natürlich wäre so dieses Open-World-Ghostbusters, wo man frei in New York rumfährt, Aufträge annimmt und so. Klar, das ist so der Traum, glaube ich, eines jeden Ghostbusters-Fans, der, ähm, Videogames auch gerne spielt. Aber das ist unrealistisch, weil das einfach ein Mega-Budget bräuchte, um das realisieren zu können und ich glaube, das wäre einfach nicht lohnenswert. Ja, mir ist es ganz wurscht. Also, online wäre ein bisschen kompliziert, weil ich bin halt voll der Loser bei Videospielen und das ist doof, wenn du mit anderen zusammenspielst und immer tot gehst. Deswegen hatte ich ja auch damals meine Probleme mit dem Smoke-Burner. Der gute alte Smoke-Burner. Also, ich hatte da keinen Spaß mit, weil ich halt immer gekämpft habe. Es war echt schwer im Online-Modus, wenn du nix kannst. Ähm, aber keine Ahnung. Ich habe auch kein Problem, wenn das rauskommt und Kacke ist, weil da muss ich mir keine neue Konsole kaufen. Ja, ist auch. Wenn das jetzt käme und es käme nur für die allerneueste Konsolengeneration, dann, und es wäre richtig der Knaller und alle so, boah, geil, hast du schon Ghostbusters gespielt? Ah, das wäre schlimm. Also, wenn das jetzt gerade in der Mache ist, dann gehe ich stark davon aus, dass das wahrscheinlich erst 2023, 2024 ein Thema sein wird. Wenn es ein größeres ist. Bitte? Wenn es ein größeres Spiel ist. Ja, wobei auch das, also, ich meine, wenn die sich da schon Mühe geben, die Lignis der Schauspieler hinzukriegen und sowas, da gehe ich doch mal stark davon aus, dass das ein bisschen mehr Aufwand wird und selbst ein Spiel, das jetzt irgendwie kein AAA-Titel ist oder so. Das braucht halt auch eine Zeit. Und gerade, ich glaube, Illphonic ist jetzt auch nicht so ein Riesenstudio. Also, es sind halt nicht so viele Leute. Ähm, von daher wird das schon Zeit brauchen. Also, nächstes Jahr würde ich schon realistischer betrachten als jetzt irgendwie jetzt in naher Zukunft. Und ich denke mal, dann ist es auf jeden Fall für die nächsten oder für die neuen Konsolengenerationen gedacht. Ah ja, es soll uns eine Rüchte Zeit nehmen. Ich bin ja nicht der schnellste Videospieler. Ich habe noch drei Level Pac-Man vor mir. Ja. Wow. Ja. Aber ich bin, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, wäre das, nachdem ja eigentlich das Remake vom alten Videogame oder Remasters war ja kein Remake, nachdem das ja eigentlich auch, also, die Leute ja so geködert wurden mit, ja, ja, wir reichen auch dem Multiplayer nach und bauen das komplett neu auf. Und dann hinterher gesagt wurde, nee, das ist dann doch zu viel Arbeit. Das schaffen wir nicht. Äh, wäre ich schon froh, wenn da so eine Multiplayer-Möglichkeit tatsächlich mal bestehen würde. Mhm. Ja, das wäre ganz cool. Mal schauen. Ja, es wird sowieso nur Multiplayer sein. Geh dich mal davon aus. Ja, so ist es und nicht anders. Was haben wir denn da noch so? Mhm. Wir haben noch, ähm, warte mal. Wollen wir kurz auf das Artbook nochmal eingehen? Boah, kurz, ja. Ja, also, wir können's ... Richtig fettes Ding. Okay. Also, wir können's ja, wir können's ja anreißen, weil das ist ja eh so eine Sache, wo wir gesagt haben, da wollen wir jetzt nicht, da machen wir jetzt nicht spezifisch ein Thema der Woche aus dem Buch selber draus, sondern das Buch gibt ja schon wahnsinnig viel Stoff für Themen der Woche her. Ja, also, insofern werden wir da immer wieder mal was draus nehmen und zitieren und so weiter. Aber das, ähm, Buch Ghostbusters Afterlife The Art and Making of the Movie ist ja erschienen, äh, jetzt Ende Dezember, glaub ich, oder? Ja? Ja, ne? Sind wir schon wieder im Podcast? Ja. Oh, cool. Hi, Leute. Hier war ein kleiner Cut, aber das sollt ihr nicht wissen. Das Buch ist cool. Ja. Ich hab's so gefeiert, als ich das bekommen hab. Und ich hab so drauf gewartet. Prost. Danke. Ich brauch auch was zu trinken. Der Denny hat sich grad einen Schluck gegönnt. Ja, du kannst dir doch eben was holen, ist doch kein Thema. Nein, 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 nein. Ich hab jetzt hier das Buch offen, das ist cool. Das ist ja gelogen, ich hab die Seite mit dem Buch offen. Du hast das Buch offen, so, so. Ja, ich hab's. Ist auch ein Wälzer. Ach, ich, das ist so herrlich. Ich hab mich so gefreut. Und dann kam das, ich hab's weggefressen. Ich hab's wirklich gefressen, es ist nicht mehr da. Ich kann's halt nicht noch mal lesen, weil ich's gefressen habe. Ich liebe Making-of-Bücher. Das, und das ist, da kommt alles Schöne zusammen. Ja, es, also ich hab's, ich hab's immer noch nicht durchgelesen. Ich lese ja wirklich immer so häppchenweise, damit ich auch möglichst lang was davon habe. Und ich freu mich auch immer jedes Mal, wenn ich so einen kleinen Abschnitt wieder gelesen habe. und ich geniesse dann ja auch die Bilder intensiv und gucke mir das dann auch ein bisschen genauer an und so. Es sind viele Sachen drin, ähm, wo ich wieder gemerkt habe, es gibt Dinge, die, ähm, die halt so eine Filmcrew plant und macht und umsetzt, die du eigentlich gar nicht so wahrnimmst, wenn du so einen Film siehst. Wenn man das aber weiß, dass es da ist, dann sieht man's vielleicht auch nicht unbedingt noch im Nachgang. Aber man hat einfach so ein Gefühl. Und ich find's schön, dass mir dieses Buch halt auch wieder zeigt, wie viel, wie viel Herz da in diesem Projekt drin steckt. Oder drin steckte. Und das find ich halt krass, weil es ist ja, jeder sagt über seinen Film, jedes Studio sagt, ja, war absolutes Herzthema und sowas, ne. Und denkst dir immer so, ja, okay, war halt so eine Auftragssache und merkst halt, da ist jetzt nicht so viel Liebe reingeflossen. Aber hier ist extrem viel Liebe zum Detail drin. Das find ich erstaunlich. Teilweise auch in Kostümen und so, da kommen wir auch nachher noch zu, wenn's um Videos geht. Äh. Ja. Also, so viele Dinge, die ich da in diesem Buch entdeckt hab und gesagt hab, krass, das ist mir nicht so bewusst gewesen. Auch diese kleinen, ich mein, das haben wir im Vorfeld, als wir so geliegte Bilder vom Filmset gesehen haben, als wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir ja viel drüber geredet, diese ganzen Symbole, äh, sind Symbolele, diese ganzen Symbole in Summerville und so, die du halt im Film auch nicht so direkt wahrnimmst. Aber die sind vorhanden. Und wenn du weißt, wo die sind und so, dann guckt man da wahrscheinlich auch genauer hin. Ich find das total cool. Also, ich mag das. Nein, ich moch das auch. Ich find das toll. Also, das, ich weiß nicht, ich hab, ähm, ich hab's ja nicht durchgeblättert, sondern ich hab's dann gelesen und hab dann irgendwie, ich bin dann immer belohnt worden. Weißt du? Ich wollte mich so psychologisch austricksen. Dann gesagt, na ja, dann, dann mal gucken, was dann, was dann kommt. Und dann, ah, ist da wieder so ein Blocktext. Ah, okay. Und dann drehst du um und denkst, ah, geil, ja, sehr schön. Ah, ich find so viele von den, von den, ähm, Illustrationen da drin schön und den, ähm, Entwürfen, wie sie sich das vorgestellt haben. Es gibt da echt tolle Sachen drin. Ich erinnere mich gerade an ein Bild von Goza, der dann irgendwie so durch das, durch das, äh, Feld irgendwie kommt, so gewittermäßig. Das ist sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt so viele, so tolle Bilder. Und halt auch, ähm, 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 da waren ja auch so Mappen drin, also so Karten, wo du gesehen hast, wo in Summerville befindet sich das und wo ist das und wie sind die Abstände. Sowas find ich auch ganz toll. Und das, äh, fügt dann dem Ganzen halt noch mal so zusätzliche Schichten dazu. Auch das, was du gesagt hast, jetzt schon angesprochen hast, mit den Kostümen und so. Da war ja in dem einen Adam Savage-Video, wo wir vielleicht noch drüber reden. Das ist übrigens eins der Videos, die ich tatsächlich noch gucken konnte. Ich hab nicht alle gesehen, weil ich ja gestern erst wieder Internet hatte. Aber das mit den Kostümen hab ich mir angeguckt. Und das war ja auch das, was in dem Buch, äh, gestanden hat. Weiß ich jetzt nicht, ob du da schon warst. Ähm, aber wo diese, diese Geschichte, wo es um den, das Logo-Patch geht auf den Uniform und der, ähm, Kostüm-Designer oder Designerin irgendwie in so einer Fabrik ist und hat dann wirklich diesen alten Stoff-Original noch gefunden, der für den, für den ersten Film damals und die letzte Rolle so mitgenommen hat. Mega geil. Also, ich, ach, ich liebe sowas. Das ist toll. Ich find's vor allem geil. Ich mein, da kann man eigentlich das, ähm, testet, das Video hier direkt anschließen lassen, oder? Ich mein, das passt ja grad thematisch, oder? Ja, das können wir machen. Ähm, das war das, ich glaub, das letzte Tested-Video zu Ghostbusters Afterlife. Ich meine ja, also vom, vom Set. Das vorletzte. War's das vorletzte? Ja, das, das neue ist ja, ist ja, äh, gestern raus. Ach so, stimmt. Das war, äh, zum Thema Farmhouse und Location vom Farmhouse. Genau. Ähm, genau, das vorletzte, da ging's halt um das, äh, Kostüm-Department und eben speziell um die Kostüme im Film und so. Und, genau, das Logo-Patch ist ja wirklich möglichst nah am Original entstanden, also aus dem alten Film. Dementsprechend halt, es sieht nicht so perfekt aus und so, ne? Und ist halt von der Stoffart her so gemacht, wie das früher war. Und, äh, das stimmt. Der, ähm, ich glaub, das war der, war das der Chef-Kostüm-Designer oder so, meinte halt genau, dass er in eine Fabrik gegangen ist und eben so einen Stoff gesucht hat, weil dieser Mugli, der war halt bei diesem alten Patch so ein bisschen wie, wie Filz, nur halt weicher, sozusagen, ne? Mhm. Und er hat halt diesen Stoff gesucht und hat dann so einen Stoff gesehen und meinte dann, okay, der ist, der ist close enough, so, den kann ich nehmen und hat dann hinterher gemerkt, beziehungsweise bestätigt bekommen, ja, das ist der Originalstoff und er hat, das war tatsächlich gar nicht so, dass, dass ihm da schon bewusst war, dass das der Stoff ist, das war schon ein geiler Zufall und ich find's auch cool, wie viel, also wie viele Gedanken sich da gemacht werden um Kostüme, einfach von, von, von fiktiven Figuren, so, das find ich immer erstaunlich, das ist was, worüber ich mir nie so Gedanken gemacht habe, wenn ich Filme gesehen habe, das hat mich ja auch mal so ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, es ist krass, was da für Gedanken dahinter stecken, irgendwie, gerade bei Trevor zum Beispiel, ne, das T-Shirt-Design, dass man wirklich auch sieht, dass das so ein Motorsport, also autobegeisterter Typ ist eben und, ähm, dass sich das eben auch in der Kleidung widerspiegelt und auch bei Phoebe, ne, dass man sich da so Gedanken gemacht hat, wie kleidet die sich und so und dass die Kleidung auch nochmal extra bearbeitet wird, damit die jahrelang getragen aussieht und sowas, ne, also, faszinierend, hätte ich nicht gedacht. Ja, ne, ich hab auch grad ein Screenshot auf davon, da siehst du hier bei, äh, Podcast quasi in den Schrank. Ja. Und halt irgendwie so diese, diese eher peinlichen 80s, 90s, schrillen Klamotten, das sind mir im Film gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Mehr auch nicht. Ja, das ist schon, ne, da steckt schon immer sehr viel drin, das ist, das ist schön. Also, ist natürlich klar, da gibt's diese Leute, die sich Gedanken machen und die das irgendwie so, aber wenn du dann halt irgendwie halt solche Videos siehst oder, oder in dem Buch lesen kannst halt und dann siehst du halt schwarz auf weiß, was, was ist denn der Gedanke dahinter? Wieso ist das jetzt so? Ist natürlich sehr schön. Ich find das toll. Das ist schon sehr toll. Ja. Genau. Also lohnt sich auf jeden Fall die Videos mal, äh, zu schauen. Ähm, es, Ja, Timo, schau mal, schau die Videos mal. Hattest du das Video gesehen, wo es um, äh, den CGI, äh, Egon Spengler ging? Also, wo, ähm, Adam Savage, Wo die am Tisch sitzen? Saßen die an einem Tisch oder saßen die sich nur gegenüber? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube irgendwie, also, jedenfalls hat Adam, äh, Jason Reitman interviewed und, äh, so ein bisschen gefragt, wie das denn war mit dem CGI, Egon Spengler, wie das so entstanden ist und so. Äh, das Video fand ich wenig spektakulär, aber ich glaub, das lag auch daran, dass das eh Sachen waren, die man eigentlich schon vorher, schon zigtausendmal gehört, gelesen hat. Aber ich glaub, ähm, jetzt wo du das ansprichst, darüber haben wir auch im Podcast noch gar nicht so gesprochen, das war dieser Bob, wie hieß er? Bob Gunton. Bob Gunton, ist lustig, den kann ich noch aus Star Trek Next Generation, den, ich hab da irgendwie, ich hab den mal gegoogelt. du hast recht, ja. Und der hat irgendeinen Admiral gespielt oder so. Das war mir gar nicht mehr bewusst, du hast recht. Ja, ich wusste es auch nicht, aber ich hab den Namen gegoogelt, als ich das erste Mal gelesen hab, im Zusammenhang mit dem Film, und hab da ein Bild von ihm in so einem Sternenflotten-Outfit gesehen. Und hab ich gedacht, ja, den kennst du von da. Ja. Und der ist ja so das Stand-In gewesen, live am Set für Egon. Und außer einmal, als man seine Hand sieht, da war es ja Ivan Reitman. Das war ja Jasons Tribut und sein Vater. Und mittlerweile haben wir ja auch Bilder gesehen von Bob Gunton, der so zurechtgemacht war. Und das sah ja auch schon sensationell aus. Also das hätte ja auch, das hätte ja so schon geil ausgesehen, wenn es da CGI-mäßig noch nix möglich gewesen wäre. Super, was sie aus dem rausgeholt haben. da sind sie der CGI-Abteilung schon gut entgegengekommen. Es ist, ich find's eh spannend, was die sich für eine Mühe gemacht haben. Und das halt bei dem Budget. Also, wahrscheinlich ist das meiste Budget in Egon Spengler geflossen. Ich weiß es nicht, aber Ja, ich glaub's auch. Es ist wirklich faszinierend. Jason sagt halt auch, dass sie ursprünglich, also, dass sie das so angegangen sind, dass sie tatsächlich den alten Egon Spengler genommen haben aus dem alten Film und den digital nachgebaut haben. Und zwar so lange, bis sie wirklich eine Version hatten, die möglichst nah an dem echten Original-Schauspieler dran war. So. Und dann haben sie angefangen, den auf alt zu trimmen. Und ich find das faszinierend. Und wirklich, es sah im Kino so geil aus. Und ich find's einfach immer noch, also, ich hab da mal so, es gab ein schönes Video bei YouTube, wo es so einen Vergleich gab, zwischen so den Force Ghosts bei den Star-Wars-Filmen zum Beispiel oder eben auch diese auf Jung getrimmten CGI Leia und Luke. Hm. Und die waren furchtbar, meiner Meinung nach. Die deutlich, deutlich, deutlich miserabler aussahen. Und das, also das hier ist wirklich effektmäßig wahnsinnig gut. Und also, wenn da nicht, wenn da nicht irgendwie mal ein Preis bei rumspringt oder so, dann versteh ich Hollywood nicht mehr. Also, Wahnsinn. Ich weiß, ich weiß nicht, ich glaub, er steht auch auf der Liste für Best Visual Effects oder so, für die Oscars. Das hat zumindest auf der, auf der Short-List. Und das heißt, er ist noch nicht nominiert. Also, Aber er könnte's werden. Genau, könnte. Ich, ja, ich glaub jetzt nicht, dass der einen Oscar ein, weil die Academy mag keine Komödien. Die ist, finden die doof. Aber natürlich hätte, also, das ist ein Effekt, der hätt's wahrscheinlich verdient. Ne, rein tricktechnisch ist das sensationell. Aber die haben's sowieso drauf irgendwie. Ich hab von der Firma auch in dem letzten Terminator, da haben sie Schwarzenegger nachgebaut. Der sah super aus. Auch schon. Ja, die können das. Aber ich fand's spannend, dass du gerade gesagt hast, auch wegen, äh, Bob Ganten, dass der eigentlich das, als sie den so zurechtgemacht haben, wie Egon Spengler, dass sie das eigentlich auch hätten so lassen können. Da dachte ich mir aus, als ich das Bild gesehen habe, so unbearbeitet. Eigentlich hätten sie sich gar nicht die Mühe machen müssen, weil er ja eh größtenteils im Dunkeln liegt, im Schatten. Und das hätte, glaube ich, wirklich gereicht, wenn man das so gemacht hätte. Und da siehst du aber auch wieder, wie viel Liebe zum Detailer wieder investiert worden ist. Und, ähm, also, Bob Ganten ist jemand, mit dem ich null gerechnet hätte und wo ich auch im Vorfeld gesagt hätte, der soll Stand-in für Egon Spengler sein. Lächerlich. Aber es sieht echt gut aus. Sie haben's super gemacht. Wir haben ja alle gedacht, dass, äh, ich weiß, äh, spontan seinen Namen. Vielen Dank, Gehirn. Du bist awesome. Ähm, dass Oliver Cooper das macht, weil, wegen der Ähnlichkeit. Und dann hat sich herausgestellt, dass der nur ein, was war er denn? Ein Polizist oder so? Ich, wein und nur. Ich hab's schon wieder vergessen. Auf jeden Fall war es irgendwie nur eine kleine Nebenrolle oder so. Ja, eine kleine Nebenrolle, die dann auch noch rausgeschnitten wurde aus dem Film. Das ist, ja. Also, ist wohl gedreht worden, aber wurde nicht verwendet. Aber war natürlich naheliegend. Ja, damals hieß es, der, der hat ein paar Tage das gemacht. Er sah so ähnlich aus und seine Rolle hieß, äh, äh, Elton. Das wirkte wie so ein Hint. Und, nee, aber, ähm, ja, Bob Gantt, super. Also, ich geh immer auch davon aus, dass am Anfang, wo du, wo du ihn dann im Auto siehst, dass da nix gearbeitet wurde. Dass ihn einfach mit dem, mit dem, mit der Maske und dem Zeug dann halt, wo er da so halb im Schatten ist. Ja, das kann sein. Irgendwie. Und es reicht halt auch. Also, du siehst halt auch, wer es sein soll und alles. Ja, schon, schon beachtlich. Also, ich stell mich so lustig vor am Set, weißt du, wenn, wenn dann die drei Originale da stehen und dann kommt der Vierte dazu und ist aber jemand anders und einer von den Wattwerbe zu werden. Ja. Ich muss echt sagen, rückblickend, also, von den Effekten her, war, war der Film einfach unglaublich gut. Also, da war nichts, da war echt nichts dabei, wo ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ah, sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus. Selbst, selbst der, der Stilaugengeist, wo ich ja im Vorfeld noch, als es, es gab ja dieses Promo-Video, wo der so kurz irgendwie aus diesem Schriftzug rausgeflogen kam, dass er im Prinzip die gleiche Szene ist, da sah der deutlich schlechter aus. Ja, ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann auch nochmal, keine Ahnung. Ich finde generell, die Tricks sind alle gut in dem Film. Ich habe da nichts auszusetzen. Teilweise sind sie mir sogar zu gut. Also, da kann man gar nichts. Zu gut? Ja, zu gut. Teilweise sind sie mir zu gut. Inwiefern? Ja, ich hätte auch nichts dagegen gehabt. Das kannst du natürlich nicht machen. Aber wenn, wenn so ein, wenn der Terrorhund irgendwie so ein bisschen mehr nach Stop-Motion aussehen hat. Ah, nee. Nee, lass mal. Ja, als Statement, weil, weil, weil alle meckern über diese eine Szene, wo der dann über die Straße hüpft. Aber, ähm, ist es dann einfach ein Statement? Ja, das ist halt einfach, wie diese Kreatur aussieht halt. Wir könnten es jetzt besser machen, aber wir machen es nicht, weil sich die Figur selbst entsprechen soll, halt. Aber, ähm, also wenn sie zumindest, ich verstehe ja, dass der, dass sie da jetzt irgendwie das schöner machen, weil sie es schöner machen können. Aber er bewegt sich ja auch anders. Damals ist er so gesprungen wie ein Frosch und jetzt galoppiert er ja richtig. Also, aber trickmäßig auf jeden Fall über jeden Zweifel er haben. In jeder Hinsicht. Also, da fällt mir gar nichts ein, was nicht gut aussieht. Ja. Genau. Ähm, also, wenn man schon ansonsten mit dem, äh, ich sag mal, Fanservice, äh, ein bisschen Schwierigkeiten hat und so, ich glaub, äh, allein visuell, denk ich, kann man den Film auf jeden Fall empfehlen. Siehste? Und so kommen wir langsam und sicher auf sieben von zehn. Das hat alles damit zu tun. Ja, ich, geile Effekte. Ich bin ja immer noch, ich bin gespannt, wie es jetzt wird, wenn ich den im Stream und auf Blu-ray und so geschaut habe. Ich bin immer noch wirklich bei voller Punktzahl. Zum einen natürlich Ghostbusters. Da kann ich einfach schlecht irgendwie die Emotionen weglassen und so. Ich würde vielleicht wirklich, bei manchen Szenen würde ich vielleicht einen halben Stern abziehen, weil es ein paar Sachen gibt, die für mich einfach zu, zu drüber sind und die für mich ein bisschen das Gesamtbild stören. Aber im Großen und Ganzen, also weiß nicht. Ich mag deine Augen. Es ist wirklich, also diese ganze Schlüsselmeister-Torwächter-Szene, das ist für mich irgendwie echt verschenkt. Also keine Ahnung, was das sollte. Aber Ihre Antwort, Danny, Ihre Antwort ist so romantisch. Ja, total. Du hast überhaupt kein Herz für Romantik. Ich verstehe das nicht. Richtig, ich bin furchtbar. Es tut mir leid. Ja. Ich bin, ich bin derjenige, der im Film Szenen von Szenen gibt. Ich bin furchtbar, genau. Nee, ach, keine Ahnung. Da wird er einmal richtig romantisch und man guckt sich das an und will direkt eine Kerze anzünden und der Danny springt auf und schlägt entrüstet alles zusammen. Quatsch. Aber es ist ja durchaus auch bei den alten Teilen so, dass ich da auch oft schwanke. Mal finde ich den ersten besser, mal finde ich dann doch den zweiten besser, obwohl er der schlechtere Film ist, aber mal mag ich ihn als Ghostbusters-Film dann lieber. Also es schwankt halt immer bei dem, bei dem Reboot genauso. Da habe ich jetzt in der letzten Zeit deutlich eine schlechtere Meinung gehabt als sonst. Inzwischen rudere ich da auch wieder zurück, weil ich mir sage, es gibt so viele schöne Punkte an dem Film, die mir auch immer noch wahnsinnig gut gefallen und so. Es ist, für mich gibt es halt einfach keinen Ghostbusters-Film, der sich nicht lohnt und der mir keinen Spaß macht. Ich bin so gespannt auf deine Meinung über Legacy im Jahr 2026. 2026, ja. 2026, wenn dieser ganze Hype-Train lange, lange abgefahren ist und ja. Ich weiß nicht, ich finde der Hype-Train ist schon, also für mich persönlich ist der tatsächlich weg, der Hype, weil zwischendurch gibt es immer wieder Phasen, wo ich gar nicht mehr in dem Film gedacht habe und sowas und auch irgendwie, da die Freude nicht mehr so da war irgendwie, aber ja, also es ist halt, ich habe glaube ich inzwischen einen ganz guten Abstand gefunden, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es jetzt nach einem Rewatch dann nochmal ist. Aber ich denke mal nicht, dass der sehr viel schlechter bei mir abschneiden wird. Da sind wir alle gespannt. Jaja. Ja. Ich versuche gerade so ein bisschen zu sortieren, aber wo wir gerade bei den Effekten waren und so, ich bin hier auch nur beim Rumscrollen, wir machen hier querbeet, wie es gerade passt, aber hier passt es gerade, da gab es auch Ende Dezember ein Video, wo du so ein bisschen die animatronischen Effekte gesehen hast, gerade auch den Terrorhund. Ja, und den fand ich auch sensationell. Also, diese Puppe, die sie da im Walmart hatten und so und der war wirklich tatsächlich nochmal wesentlich besser als der Alte. Auch filigraner in seinen Bewegungen und so und obwohl sie nur die Hälfte gebastelt haben, aber richtig cool und was mir gar nicht bewusst war in der Szene, wo Gruber in seinem Auto sitzt und du hast so diese Perspektive aus dem Auto raus auf den Hund, das ist ja dann auch wieder die Puppe. Genau. Das war mir gar nicht bewusst, ich dachte, das ist CGI und andersrum hast du ja vorher diese Draufsicht auf das Auto, wo der Hund vorne drauf ist und die Reifen platzen und ich finde, das unterscheidet sich überhaupt nicht und der ist ja wie der Computer animiert, das unterscheidet sich aber überhaupt nicht von der Puppe, also es ist wirklich sehr einheitlich, also die Effekte geben sich da wirklich die Hand, die Klinke in die Hand, fände ich toll. Es ist wirklich, wie du sagst, es ist absolut rund, also da hast du nie das Gefühl, dass die Qualität schwankt und dass da irgendwie die Bewegungen sich unterscheiden und du merkst, okay, das ist jetzt Computer gemacht, das andere setzt eine Puppe, sondern es sieht immer gleichwertig aus, das finde ich auch irre. Hier finde ich übrigens auch bei dem Terrorhund und ich glaube, das ist der Unterschied zu Gozer, ich glaube, bei den Gozer Augen wird es auch im Nachhinein verändert haben, ich glaube, du magst die schwarzen Augen und ich fand es jetzt nicht so toll, aber bei dem Hund haben sie die Augen auch verändert, diese animatronische Puppe hatte diese Pyramiden, diese leuchten Pyramiden in den Puppellen und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat der im Film einfach nur rotglühende Augen, so wie es früher auch war. So sah es für mich auch aus, ja. Das finde ich auch irgendwie besser, weil diese Pyramidenform im Auge selbst ein bisschen strange war, keine Ahnung. Ich gucke gerade parallel, ja doch, also du siehst das, also auf der Leine, irgendwann konnte ich das nicht so erkennen, jetzt ja, ich lasse ja gerade nochmal dieses Making-of mit den Practical Effects nebenbei laufen, ähm, da siehst du es schon, ja, dass das immer noch diese, diese Dreiecke sind in den Augen. Ja, ja, in dem Making-of auf jeden Fall, aber ich glaube, sie haben es im Film digital übergeleuchtet quasi, der hat, ja, ja, das kann sein, ne. Was ich lustig fand, weil in dem Making-of in diesem Video sagt, glaube ich, einer noch ganz stolz, ja, wir haben da so ein bisschen an Details gearbeitet und zum Beispiel diese Pyramide im Auge und so, die spiegelt das und das wieder. Du hast recht. Und dann hat sich einfach Jason gesagt später, nee, den machen wir ganz rot. Du hast recht, weil es gibt nämlich hier zum einen diesen Splitscreen, wo du die Version aus dem Originalfilm hast und dann eben die neue Puppe, wo du eben siehst, dass die alte Version halt wirklich nur diese rotglühenden Augen hatte und die neue diese Pyramiden oder Dreiecke und dann ein Frame später siehst du halt die Originalszenen aus dem Film im Walmart und er hat einfach die normal roten glühenden Augen tatsächlich. Du hast recht. Krass. Ich kann mir das so richtig geil vorstellen, weißt du, derjenige, der dann irgendwie diese Pyramide reingesetzt hat und dass ich gedacht hat, das ist was cooles, ist halt zum Jason, ey Jason, pass mal auf, ich hab da richtig irgendwie, da ist der kreative Dussel mit mir durchgegangen, ja, wir machen da Pyramiden rein, ne Jason? ja, Best D-Day-Ever, super geil und weißt du, zu seinem Visual-Effect-Supervisor, machen wir auch später weg, machen wir auch später weg. Machst du weg, ne? Machst du weg. Hauptsache, der ist gerade jetzt zufrieden. Ich find's aber auch im Vergleich mit diesen Pyramiden in den Augen, es ist vielleicht irgendwie so, dass man, ja, da hat sich immer einen Gedanken gemacht, so, aber die roten Augen sehen schon geiler aus. Ja, auf jeden Fall. Das hat richtig diesen Horror-Effekt, das, andere sieht halt, wenn du das nur in klein siehst, denkst du halt, der hat da kleine, kleine Glühlämpchen in den Augen drin, so, ne? Das sieht irgendwie künstlich und merkwürdig aus und das andere, das hat einen richtig geilen Effekt mit diesem roten, tiefen Glühen, das ist echt cool, mag ich auch lieber. Und was Goza angeht, bin ich hin und her gerissen. Ich find im Original, nachdem ich mir jetzt nochmal Bilder angeguckt habe, im Originalfilm mag ich die roten Augen bei Goza sehr gerne, aber diese Behind-the-Scenes-Bilder, die es halt jetzt vom neuen Film gab, wo man Goza mit roten Augen gesehen hat, fand ich es irgendwie komisch. Also, da hat es auf mich nicht rund gewirkt und ich finde auch insgesamt zu dem etwas neueren Look passt es mit den dunklen Augen mehr, aber das ist, das ist halt immer eine Geschmacksfrage. Ja, ich bin, ich fand's halt schade, also da, ich verstehe, dass sie da so ein bisschen, die haben ja generell am Kostüm so ein bisschen was verändert und das sieht auch cool aus und so und das ist ja eh eine andere Person, also sieht's ja von vornherein halt anders aus, aber ich find, auf diesen Making-of-Bildern, wo sie rote Augen hat, erkenne ich halt ein Stück weit Goza mehr. Mit den schwarzen Augen ist sie halt nochmal ein Stück weiter weg von dem, was nicht unbedingt sein muss halt irgendwie und keine Ahnung, Evil Funko Pop halt. Wobei, ich glaub sogar und ich hab, wenn das stimmt, ist es mir nie bewusst aufgefallen, der ein oder andere sagt, in dem Moment, wo Phoebe am Ende auf Goza schießt, dann reißt sie ihren Kopf so um und hat diese roten Augen dann, wenn das so ist, dann ist mir das noch nicht so bewusst geworden. Dann muss ich mal drauf achten, mal im nächsten Mal gucken. Ja, naja, egal, Olivia, ich bin aber auch über jedes Detail froh, dass es ein bisschen frischer ist in dem Film, weil du, weißt du, du hast halt schon diese ganze Goza, Terrorhund-Thematik, Shandor und so weiter und wenn man das halt schon wieder kräut, dann find ich's auch immer gut, wenn's ein bisschen was verändert und ja. Ja, ich find halt, das sieht mehr nach Goza aus, so sieht's aus wie ein anderer böser Geist derselben Gattung halt, find ich, ist ja auch egal. Aber ich mag wirklich diesen zerrissenen Effekt im Film, also weil das wirklich mal eine neue Form ist, die man so noch nicht gesehen hat, was passiert, wenn Schlüsselemeister oder eben Torwächter gefangen ist und nur einer der beiden da ist und was passiert mit Goza dann, dass das so dieses Auseinandergerissene gibt, das fand ich ziemlich cool. Ja, das ist auch visuell wirklich sehr schön gemacht wieder, ja. Jawohl, ansonsten, das ist ansonsten, ja, ja, das ist, denn ich hab gute Nachrichten, es kommt ein neues Protonpack raus. Ich hab grad, ich hab grad noch überlegt, ob wir jetzt da hinkommen wollen, aber ich glaub, wir können's nicht länger aufschieben. Okay, ja, auch hier wieder, das ist eine kontroverse Diskussion, also eine nach der anderen, die wir heute haben, auch hier hab ich, hatte ich das Gefühl in unserem Privatgespräch, dass du kritischer bist als ich hier mit dem Ding. Weil ich ja sonst so kritisch bin, oder wie? Nee, aber, nee, aber ist ja schon so, keine Ahnung, ich mein, dem einen gefallen die schwarzen Augen gut, dem anderen nicht so gut, der eine sagt so, der andere sagt so, also es ist schon, schon ein, ein Clash irgendwie hier, der aber auch Unterhaltung raus, das ist, ja, ich hab generell so das Gefühl, alles was mit dem neuen Film zu tun hat, das wird noch spannend in der nächsten Zeit, also ich, also man, man merkt ja schon, dass ich da deutlich wohlwollender bin als du, also was jetzt nicht negativ oder nicht böse gemeint ist, also. Aber ich frag mich auch ganz oft selber, und das haben wir ja auch schon, ich glaub, ich hab's dir schon gesagt, ich hab's dir persönlich schon gesagt, ähm, das ist ja ein Film, wo ich nicht wohl, also ich muss nicht schwärmen oder wohlwoll, ich muss die tollen Seiten nicht, ähm, ständig betonen, weil du's ja machst, ja, also bin ich in der super privilegischen Situation, dass ich sagen kann, was mir nicht gefällt, was interessant wäre, wäre jetzt ne Parallelwelt, wo du gesagt hättest, nee, find ich voll scheiße, aber von vorne bis hinten voll scheiße, ja, ähm, weil ich dann automatisch der gute Kopf wäre, und dann hätt ich wahrscheinlich betonen müssen, was ich gut finde an dem, an dem Film, hätte vielleicht nichts geändert an den Positionen, die, an den Sachen, die mir nicht gefallen, aber dann wäre vielleicht mein Schwerpunkt mehr so auf den positiven Sachen, dass ich das einfach betonen würde, ohne dass mir der Film irgendwie anders gefallen wird, das ist immer interessant, das, ähm, weiß ich nicht, aber hier haben wir ja sogar über den Tellerrand hinaus was, was mit dem neuen Film X zu tun hat, richtig, ja, genau, sondern da hat sich nur eine Firma gesagt, guck mal, das Afterlife Pack hat sich richtig geil verkauft, da kacken wir einfach mal noch was hinterher. Ich find schon, dass du das Wort kacken benutzt, dann muss ich es nicht machen. Ich, ich will mit dem Ding nicht so hart ins Gericht gehen wie du, aber ich find schon, ähm, bevor wir jetzt loslegen, dass man den Eindruck haben kann, da hat irgendwie ein anderer Hersteller geguckt, wie verkauft sich dieses Afterlife Crowdfunding Ding, für welchen Preis verkauft sich das, oh, das ist wie geschnitten Brot gegangen, dann bieten wir einfach mal auch was an und zwar was Komplettes für denselben Preis, das wird richtig gut laufen. Das würde ich so, so unterschreiben, ja. Ja, das ist hundertprozentig und da sind uns noch eigentlich da, der Gedanke dahinter, ja, also der ist nicht edler Natur gewesen. Ich bin mir da zu hundertprozent sicher, dass das genau so gelaufen ist, weil das lässt sich sonst nicht logisch erklären. Aber gehen wir mal ins Detail. die Seite fun.com, das ist ein Online-Shop, der war mir vorher auch nicht so bekannt. Obwohl, die haben, glaube ich, diesen Lifesize-Slimer im Programm gehabt, diesen lebensgroßen. Die haben einiges an Ghostbusters im Programm, auch Sachen, die nicht von ihnen direkt sind. Ich bin da mal im Shop gewesen. Ja, also jedenfalls bieten die ein Proton-Pack an, eben klassischem Stil, also entsprechend des Original, nicht des Originalfilms, das ist ja ein Ghostbusters 2-Pack mit Augenzwinkern und zugekniffenen Augen. Ja, Ghostbusters 1-mäßig mit dem silbernen Dreh, also Cranking ab oben. Das schon, aber dann wieder das Flachbandkabel, das die bunte Variante ist, also das orientiert sich ja schon eher am zweiten. Ach, keine Ahnung, es ist ein Mischmasch, also es soll ein klassisches Pack sein, sagen wir es mal so. Also es ist kein Pack zum neuen Film, so. Und wir wissen noch nicht, ob es ein 1-zu-1-Pack ist, also ob das jetzt Full-Size ist. Das steht leider nicht dabei. Generell gibt es leider nicht so wirklich viele Informationen, also ich klicke gerade nochmal drauf, als ich das jetzt mal geguckt habe, stand da noch nicht so wirklich was, aber da hat sich auch noch nichts geändert, außer ich finde die Produktbeschreibung super. This is a Ghostbusters Proton-Pack Costume Replica. Danke, Captain Obvious. No shit, Sherlock. Ich fände es geil, wenn da stehen würde, this is a Toaster. This is a Toaster from Ghostbusters 2. für 500 Dollar. It really dances. Das wäre cool, ja. Das wird wahrscheinlich das nächste Haslap-Projekt. Oh ja, bitte. Sofort. Wäre schon ein bisschen geil, oder? Richtig geil, ey. Aber es soll auch im Dunkeln leuchten. Ähm, ja, dieses Pack hier, ich hab's grad schon gedroppt. 500 Dollar kostet der Spaß. und ich versuch's mal so zu verpacken, dass es jetzt noch nicht so klingt, als würde ich's hassen. Äh, es es hat, es hat, es hat was, was das, äh, Hasbro-Pack nicht hat, nämlich ein Frame. Also das Tragegestell, den Alice Frame, der ein Pseudo-Alice Frame. Ja, es ist natürlich ein Kunststoffteil wahrscheinlich, aber halt, es ist kein Original-Alice Frame, das sieht man schon, aber halt auch mit diesen Schulter-Straps und diesem, ähm, Beckengurt und so. Und es hat anscheinend auch so ein Motherboard, das da dran gesetzt ist. Also, ja, ja, Und ein Strahler hat's. Der Strahler ist dabei, ja. Ähm, da hören für mich eigentlich auch schon die Vorteile auf. Weil, wie sag ich's am besten? Es sieht weird aus. Kann man das so sagen? Ja, die Proportionen sind natürlich seltsam. Also das ist ja, das Zyklotron selbst ist zu groß, die Leuchten am Zyklotron dagegen kommen mir zu klein vor. Das Flachbandkabel ist zu schmal, wobei, äh, diese Silberplatte mit der es am Zyklotron fest ist, kommen mir dann wieder zu groß vor. Also die Proportionen sind alle ein bisschen abenteuerlich. Ähm, ja, sonst seh ich hier jetzt gar nicht. Also grad im unteren Bereich, äh, ist es auffällig. Ja, dieser, dieser, wie heißt der, heißt der N-Filter, äh, dieser runde Teil. Der ist ein bisschen zu sehr mittig, kommt's mir vor. Der müsste deutlich weiter rechts sitzen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die, die, die Lichter, also die roten Lichter sitzen generell auch viel zu weit voneinander auseinander. Also die müssten eigentlich so ein bisschen weiter, äh, in diese Stoßstange quasi rein. Ja, also, also, äh, dein Kritikpunkt ist hier, äh, das Ding ist hier nicht movie-akkurat genug. Seh ich das richtig? So ein Sack, ey. Nein, überhaupt nicht. Mir geht's grundsätzlich darum, dass ich, wenn ich diese Produktbilder sehe, dass das sich mir nicht erschließt, wo dieser Preis herkommt von 500 Dollar. Von der Erkenntnis, dass die Leute 500 Dollar, äh, für so ein Massenprodukt ausgeben. Ja, aber jetzt guckt ihr mal im Vergleich die Vorab-Bilder von Hasbro an, die ja keine geilen Vorab-Bilder können, wie ich schon oft gesagt habe, aber die schon deutlich, deutlich, deutlich geiler aussehen als das hier. Das stimmt, äh, aber die, die Frage ist halt, wir sind halt sehr kritisch, die Frage ist halt, ob die Leute das da draußen auch so sehen und die haben natürlich jetzt hier den Vorteil, dass auch viele bei Haslab gesagt haben, ja, wir hätten aber lieber gern ein klassisches Pack und es ist ja noch 100, äh, Dollar rund günstiger, weil du den Strahler dabei hast, der bei Hasbro den nochmal kostet. ja, ich will das Ding nicht beschützen, also, ich finde halt, es ist nicht schön, ist auch überteuert, das Ding 350, okay, 300, okay, 300, noch nicht mal, maximal. Die Sache ist halt, viele, ich hab jetzt oft gelesen, dass Leute gesagt haben, ja, es sieht halt aus wie ein besseres Spirit Pack, das würde ich noch nicht mal sagen, also, das Spirit Pack sieht von den Proportionen her deutlich besser aus als das hier, auch wenn es natürlich kleiner insgesamt ist. Ja. also, gerade was so den Part um das Zyklotronen angeht, das sitzt viel zu weit links raus, ist viel zu groß, also, also, wir reden jetzt nicht vom Größenverhältnis her, insgesamt so, also, klar, das Spirit Pack ist kleiner als ein richtiges Original Pack, so, aber insgesamt sieht das, wenn man, klar, du musst ein paar Sachen noch dran machen, man kann es ein bisschen modden und so, aber gerade die neue Version, die ja jetzt erschienen ist, wo ja auch eben viel verbessert und korrigiert worden ist, das sieht deutlich besser aus als das hier. Ich, ich finde, die geben sich da nicht, das sind verschiedene, verschiedene Sachen, beim Spirit Pack ist das, erstmal ist, gehen wir mal davon aus, dass das hier Original Größe ist, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, wenn es, wenn es nicht Original Größe ist, wenn es kleiner ist, ist es Kacke, auf jeden Fall, für den Preis, dann ist es Kacke, unbestritten, gehen wir mal ins Original, und reden wir nur von dem Verhältnis, beim Spirit Pack ist halt deutlich kleiner, dann, das Zykloton ist zu klein, das Flachbandkabel ist zu klein und das, und der Strahler ist zu klein im Verhältnis zum Pack, also, da hast du auch deine Sachen, die nicht irgendwie passen. Flachbandkabel bei der neuen Version ist deutlich breiter, also das sieht inzwischen so aus, dass man es sogar so lassen könnte, theoretisch. Jetzt die ganz neue Version habe ich noch in dem Kopf, aber es ist halt auch deutlich günstiger. Da haben sie viele Sachen noch verbessert, die sehen deutlich besser aus. Ja, also ich finde es jetzt, ist jetzt, ich glaube, das hat immer so eine, weißt du, denn ich habe mir für, für, für 1500 Euro so ein Scheißding zusammengeschustert, weißt du, deswegen, wenn ich sowas hier sehe, ist das kein Dealbreaker, das sind immer so Verhältnismäßigkeiten irgendwie. Ja, aber also, ich meine, klar, ich kann jetzt auch da sagen, entspannt, ich kaufe es mir ja sowieso nicht und ich muss es mir ja auch, auch nicht kaufen, weil es kommt ja eh die Variante von Hasbro und das ist wahrscheinlich sowieso der beste Deal, den man momentan kriegen kann für so ein Pack, wenn man halt nicht in die Tausender gehen will. Ist ja der Einzige, wenn man ein Afterlife-Tack hat. Richtig, richtig. Ich finde aber, man muss das immer so ein bisschen am Preis messen und wenn das jetzt ein Pack wäre, was irgendwie 120, 200 Dollar kosten würde, würde ich sagen, ja, fair enough, kann man machen so. Wer sich jetzt an diesen Feinheiten nicht stört, okay, aber für 500 Dollar sieht es echt billig aus, muss ich sagen. gerade wenn du dir auch den Werfer anguckst und dann hast du da irgendwie noch, du hast, du hast Metall-Kipp-Schalter dran und dann hast du aber auf dem Griff oben diesen hässlichen schwarzen Knopf und die Lautsprecher oben drauf, so. Da denke ich mir halt auch, und die Lichter sehen halt aus wie Sticker, also, keine Ahnung, also man kann es halt noch nicht sagen, weil man hat ja noch noch nichts original gesehen, keiner hat das Ding in der Hand gehabt bisher, keine Ahnung, aber von allem, was ich da sehe, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, was soll das denn sein? Also, 120, das fände ich schon sehr gerne, würde ich, glaube ich, fünf kaufen und die dann teurer verkaufen. Ja, ich würde wahrscheinlich auch, Beim Spirit-Ding hast du halt auch die, äh, die, ähm, den Lautsprecher hinten am Zykloton-Provenent, also eine richtig schöne Ecke, um Lautsprecher zu verstecken, haben sie bisher alle noch nicht gefunden. Das stimmt schon. Äh, das ist irgendwie so, äh, ich weiß nicht, also, ich, keiner von uns braucht das, ja, ich bin sicher, dass das auch sich verkaufen wird, weil alle Protonen-Packs verkaufen sich. Ich brauche auch nur, jedes Mal, wenn ich einen Artikel habe, neues Protonen-Pack von irgendeinem, ja, und dann ist es ein aufblasbares Ding, gehen die Einschaltquoten hoch, bis zum geht nicht mehr. Leute, wenn ihr die, kauft einfach bei Uwe, wenn ihr ein klassisches Pack haben wollt, kauft einfach bei Uwe. Also, ich möchte nur eins sagen, ne, also für, noch nicht mal den Preis, kriegt ihr, glaube ich, von Uwe schon ein Pack, das ohne Elektronik und so weiter, deutlich geiler aussieht. Das mal so als Tipp. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja gut, wir wissen noch nicht, wann es rauskommt, also, ist jetzt gerade angekündigt, und dann kommen sicher auch noch Details rein. Vielleicht, vielleicht hören sie auch zu, und es ändert sich noch was. Ich will jetzt auch nicht rumhaten hier, also, wenn, wenn, wenn jemand jetzt sagt, hey, ich hab mir das Pack bestellt, weil, ich find das gut, ich kann da über kleine Schwächen hinwegsehen, oder mir fallen die auch nicht auf, oder so, dann vollkommen okay. Also, ich möchte da jetzt auch keinen angreifen, der jetzt sagt, ich, ich find das cool, und, äh, du bist ein Arsch. Äh, ja, das kann sein, dass ich ein Arsch bin. Keiner ist ein Arsch, weil er eine Meinung hat. Aber es klingt ja schon ein bisschen sehr, sehr negativ, und wie gesagt, da möchten wir natürlich auch niemanden angreifen, der jetzt sagt, er findet das, oder sie findet das Produkt gut, von daher, ne. Naja, aber du hast doch, du hast doch gesehen, dass auch negative Meinungen, äh, gut angenommen werden. Ja. Weil das ist ja auch langweilig, das ist ja die Sache, die wir auch mit, mit Legacy hatten. Wo hab ich, wo hab ich das, das gesehen, ich weiß jetzt nicht. Ja, irgendwann, äh, hat, es hat doch liebe Grüße an den Hörer, der das jetzt vielleicht hört, aber du hast doch, ein Feedback bekommen, äh, über jemanden, der positiv überrascht war, dass auch negative Punkte genannt wurden, im Zusammenhang mit dem neuen Film. So ist das hier sicher auch. Die Leute, die das hören, die haben ja, die haben ja verschiedene Meinungen, die finden ja das, ich glaub, ein Podcast, wo, äh, gehen wir mal davon aus, es würde Ghostbusters-Plattformen geben, wo Sachen vorgestellt, äh, werden und das wird immer nur geschwärmt. Gehen wir mal davon aus, dass es sowas geben würde. Das ist ja auch langweilig auf Dauer, weil du brauchst dir ja Videos und Artikel überhaupt nicht mehr durchlesen, denn du weißt ja, die Rezension wird auf jeden Fall positiv ausfallen. Das ist dann auch irgendwann ermüdend. Ja, das stimmt. Ja. Ich, ich, ich tu mich halt auch mal so ein bisschen ein bisschen schwer, weil ich möchte halt nicht in so ein Format abrutschen, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hat, ja, unterhalten sich zwei verbitterte alte Männer. Nein. Nein. Ich, ich find's halt auch immer so, weißt du, wir sind so oft irgendwie so gleich begeistert von Dingen, die mit, die mit Ghostbusters zu tun haben oder zumindest so, dass wir auf einem ähnlichen Level sind, sag ich mal, ne? Dass, dass mich das halt mit dem Film, mit dem neuen Film schon ein bisschen, ein bisschen irritiert hat, muss ich sagen. Und da bin ich auch immer noch irgendwie an so einem Punkt, wo ich sage, ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht in Zukunft, so gesprächsmäßig. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Man muss nicht alles gleich empfinden und dieser Film ist nur ein Punkt von vielen und das wird jetzt in irgendeiner Form weitergehen. Und dann werden wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Das ist, aber ich finde, wir haben auch immer schon verschiedene, guck mal, Extreme Ghostbusters, hör dir mal unsere Extreme Ghostbusters Sendung an. Was witzig ist, dass du da deutlich wohlwollender mit der Zeit drauf geschaut hast auf die Serie. Aber es ist dasselbe, es ist dasselbe. Ich habe nie Extreme Ghostbusters doof gefunden, nur im Vergleich. Und dadurch, dass du ein totaler Fan davon bist, oder warst, bin ich halt wirklich in der Situation, dass ich auch sagen konnte, ja, und die und die Punkte sind aber nicht so gut und ich finde das wichtig, dass das auch erwähnt ist. Das ist dasselbe wie bei dem Film jetzt hier. Es gab nie eine Zeit, wo ich Extreme Ghostbusters nicht gut fand. Ich fand es nur nicht so gut wie Real Ghostbusters oder so und ich hatte es einfach erwähnt. Aber guck mal, ich würde ja jetzt auch nicht den Weg gehen, den ich mit meinen Hörspielen mache und diese ganzen Extreme Ghostbusters Elemente. Ich liebe das. Auch was in die Comics eingefloppt, ich finde das toll. Extreme Ghostbusters ist gut. Eben nicht so gut wie andere Sachen, aber es ist immer noch Ghostbusters, also es ist immer noch besser als Thor 3. Das würde ich unterschreiben. Gut. Von einer Kontroverse zur nächsten. Wir hangeln uns heute durch die Kontroverse. Die Sendung ist geballte Kontroverse. Es ist aber auch so geil, weißt du, 2016, da war es das Reboot, das absoluten Hass im Fandom hervorgerufen hat. Und jetzt hast du vor ein, zwei Wochen dieses Proton-Pack von Fun.com gehabt und jetzt, jetzt haben wir was? Jetzt haben wir eine orangene Mündung, orangefarbene Mündung an der neuen Produktionswave von Spenglers Neutroner Wand. Ja. Und bei, ich weiß nicht, ob es bei Instagram war oder bei Twitter, aber ich habe es gesehen, Jason auf Ghostbusters News schrieb, mir gefällt es. Mir gefällt es. Also sagen wir es mal so, ich verstehe den Punkt immer noch nicht so ganz, warum man das gemacht hat. Also ja, also die Begründung ist mir klar, ich habe das ja auch vor Augen so. der Sinn ergibt sich mir trotzdem nicht. Keine Ahnung, da war ich vorne das Orange anmale, ist es nicht als Waffe zu erkennen. Und mal ganz im Ernst, wer erkennt denn dieses Teil als Waffe? Ich bitte dich. Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich stimme dir zu, aber ich muss dir leider, ich muss da leider hart dagegen. Ja, wie den ganzen Abend schon. Den ganzen Abend, den ganzen Abend, das ist so geil. Och Gott. So ein paar Erfahrungen von Besuchen auf Comic Conventions und auf der Frankfurter Buchmesse, wo wir auch als, wo auch eine große Cosplay-Sektion immer ist. Ich bin auf die Frankfurter Buchmesse gegangen und das eine Mal, ich kam so an, ich habe mein Protonenpack aufgehabt und sie haben mich ganz bösartig umringt, also die Sicherheitsbehörden und was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Und dann bin ich doch reingekommen, nachdem sie mir irgendwo so einen orangenen Aufkleber draufgeklebt hatten. Lassen sie den Aufkleber drauf, sonst kommt die Polizei und dringt sie nieder. So wurde es mir gesagt. So wurde es mir gesagt. Ja, was ist tatsächlich passiert auf dem Areal der Frankfurter Buchmesse? Es kamen Polizisten auf mich zu und meinten, ist ja richtig geil, können wir mal ein Foto machen? Also das, aber die haben natürlich nur deswegen so reagiert, weil ich diesen orangefarbenen Aufkleber gab so. Ah, das ist keine Waffe, das ist geil. Und das Jahr drauf, auch auf der Buchmesse, eine Freundin, glaube ich, hat noch gesagt, ja, dann benutzt du den Eingang B und da sind die nicht so kritisch an der Waffenkontrolle, weil du hast immer eine Waffenkontrolle bei Conventions und auch bei überall, wo Cosplay ist. Und dann war es tatsächlich so, wir sind dann Eingang B reingegangen, aber auch da war jemand super kritisch, und fing dann so an, ja, das können sie nicht mit reinnehmen, das können sie nicht mit reinnehmen, das geht nicht. Das ist doch offensichtlich keine Waffe, das ist, habe ich ihm erklärt, das ist hohl, da drin sind ein paar Kabel und ein Lautsprecher, sonst ist der, ja, nee, das ist, ich kann da da nicht reingucken, ich kann da da nicht reingucken. Und dann brüllt einer so von hinterm Tresen quer durch die Halle, ey, lass den mal durch, das sind die Ghostbusters. Aber je nachdem, wen du erwischt hast, es gibt durchaus Muggel da draußen, die keinen Plan haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch so ein bisschen mit diesem Shotgun-Griff zu tun hat an dem Werfer, dass wahrscheinlich da mancher denken wird, oh Gott. Vielleicht. Ich fand auf jeden Fall die Erklärung von Hasbro geil, so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt verstanden, dass viele das zum Cosplay nutzen und weniger als Sammlerstück. Ach echt? Habt ihr das jetzt verstanden? Das wird natürlich überhaupt nichts bringen. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Zumal ja vorne sogar noch irgendwie so ein orangefarbener Knopf drauf ist. Ja, ach weiß ich, ich muss auch sagen, ich verstehe diese Aufregung jetzt nicht, die das verursacht, weil so schlimm finde ich das jetzt nicht. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich sogar ganz passend, weil ja dieser, wie du schon sagst, dass dieser orangene Knopf da vor dem Röhrchen da an der Seite dran ist und finde ich, farblich passt es dann ganz gut. Ich finde es sieht eigentlich auch ganz gut aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ey, jetzt muss ich mir den neuen Run holen wegen dieser orangenen Spitze da. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm und wenn es mich stören würde, würde ich es halt mit einem, es gibt so geile, so wasserfeste, silberne Stifte. Selbst mit so einem Ding kannst du das anmalen, dann sieht das gut aus. Ja. Also das ist halt ein Problem, in Anführungszeichen, das sich sehr, sehr schnell mit wenig handwerklichem Geschick korrigieren lässt. Ja, aber Danny, dann bist du dann am Waffencheck und dann sagt der, der dafür zuständig ist, Entschuldigen Sie, aber das ist nicht original. Das kann ich nicht eintragen, du. Das haben sie überpinselt. Scheißtiff, du. Ja. Wissen du, wo du bist? Kannst du ja dann bestechen, dann warst du am Einlass mit einer Wurst. Ja, genau. Ja, aber weiß ich nicht, das ist ja was, wenn ich das jetzt nicht irgendwo auf Conventions explizit tragen will, sondern zu Hause ausstelle, dann male ich mir das Ding halt an und fertig. Also das ist jetzt, man merkt auch manchmal in diesem Fandom, da braucht es manchmal auch echt, also zumindest bei dieser Social Media Crowd, da braucht es immer wieder so einen Aufreger und dann wird da irgendwie so ein Fun.com Protonenpack genommen, so weiß ich nicht. Ich bin da auch nicht der Meinung, dass das geil ist, aber deswegen muss ich ja nicht im Netz jetzt überall rumschreiben, wie scheiße und furchtbar das ist und rumhaten und mich auskotzen und jetzt bei dieser orangenen Spitze von dem Spanglerwerfer genauso. Ey, weiß ich nicht, ist das eigene Leben so langweilig, dass man sich an sowas so aufhängt oder? Ich glaube, das war ein Tweet von Yes Have Some. Die haben geschrieben, 2016 Reboot, 2019 Leitern, 2022 Orangene Ringe. Das ist wirklich so, das ist wirklich so. Ich weiß nicht, ich meine, also das klingt immer so verallgemeinert, so ich möchte da jetzt natürlich nicht jeden mit reinbringen, der irgendwie entspannt ist und cool ist damit so, aber was stimmt denn mit diesem Fandom manchmal nicht, wirklich? Alle, die, die sich darüber aufregen, die haben sich jetzt das alte Ding eh schon, seid doch froh, weil die ersten Produktionsreihen, die werden jetzt irgendwie im Preis steigen wahrscheinlich. Ja, eben. Kannst du sogar noch für einen guten Preis verkloppen. Ja, kannst du. Und dann kaufst du dir den neuen und, ja, ich hab ja noch einen überall, oder? Der ist eigentlich, ist eigentlich mein Backup-Strahler, weil man davon ausgehen muss, dass die kaputt gehen. Verdammt, ich hätte noch warten sollen mit dem Verkaufen. Ey, der kostet 300 Euro. Alter, der, zzzz, 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 ja, also, wie gesagt, ist jetzt, keine Ahnung, null nachvollziehbar, warum das jetzt so ein Hate hervorruft, mal dir das Ding an, wenn es dir nicht gefällt und gut ist, weiß ich nicht, was war das denn gerade? Ich habe gegähnt. Ich bin froh, dass die Leute das nicht sehen müssen. Ich habe gegähnt. Ich bin froh, dass wir keinen Video-Podcast machen. Danny? Ja. Ich habe mir sagen lassen, wo wir gerade bei Skandalen und Kontroversen sind, ich habe mir sagen lassen, da kommt eine Ultimate, hab mich lieb, Special Collectors Edition, aber Answer the Call ist überhaupt nicht dabei. Doch, in digitaler Form. Ah, da fällt mir ein Stein vom Herzen gut. Das stimmt, das haben wir vergessen, das war der Hassbrocken, den es vorher zu schlucken galt. Ja. Es war ja so, diese Ultimate Collection sollte ursprünglich ja eben nur den Original Ghostbusters, Ghostbusters 2 und Ghostbusters Legacy umfassen. Plus Bonus, da gehen wir auch nachher noch drauf ein. Fettes Teil. Also, wer sich das noch nicht geholt hat, hat jetzt leider auch ein bisschen ein Problem, weil es das bei Amazon und so leider nicht mehr gibt. Und bei Zavi ist es massiv überteuert. Aber gut, kommen wir nachher noch zu. Also, Paul Feig hat sich dann so ein bisschen, also hat dann Sony so über Twitter so ein bisschen outgecallt, wie man so schön sagt, und hat gefragt, ja, warum denn sein Film jetzt nicht dabei ist. Die Frage, die kann ich ihm auch beantworten, weil der Film sehr kontrovers im Fandom behandelt wird und Sony da auf Nummer sicher gehen wollte und den lieber ganz rauslassen wollte. Aber hatten sie ja gar nicht vor. Das hat sich doch dann ... Ja, ja. Das war ja ... Okay. Pass auf. Entschuldigung. Aber dann kann man natürlich auch begründen, na ja, es geht hier um die Originalreihe und das Reboot ist halt was, es ist ein Reboot und steht für sich so, also vollkommen legitim, dass es halt in so einer Box nicht mit drin ist, meiner Meinung nach. Kann man sich drüber streiten. Sony hat dementsprechend reagiert und gesagt, ja, Answer the Call ist mit drin, allerdings in digitaler Form als Download. Also es ist halt ein Zettel dabei mit einem Download-Code. Also der ist nicht in physischer Form drin. Es ist natürlich so, dass Sony sagt, ja, das war von Beginn an so geplant. Ich glaube das nicht. Das geht gar nicht anders. Sowas wird Monate voraus fertiggestellt. Die Dinger liegen schon drei Monate fertig irgendwo in irgendeiner Fabrik. Da bin ich ganz sicher. Ja, aber einen Zettel kannst du im Nachgang immer noch da reinschieben. Ja, aber du rupst ja nicht das original verpackte Produkt auf und legst dann irgendwie manuell dann noch einen Zettel in jede Box rein. Das weiß ich nicht. Aber es wirkt halt schon ein bisschen so, als wenn sie da jetzt einfach reagiert haben, gesagt haben, ja, komm, wir schmeißen das jetzt mit rein als Download so. Keine Ahnung. Mit der Begründung, dass es von vornherein so geplant war, kann ich irgendwie besser was oder mehr mit anfangen. Es ist natürlich schon, ich finde, es wirkt trotzdem ein bisschen lieblos. Es hat ja, es hat ja jeder den Film zu Hause rumstehen. Also jeder, der sich darüber aufregt, dass der Film fehlt, hat den ja. Ja, das verstehe ich auch nicht. Und wie gesagt, ich finde es auch vollkommen legitim, wenn der hier jetzt gar nicht mit drin wäre, weil es geht ja um, sag ich mal, die Reihe, die auf den Originalfilmen aufbaut. Und das Reboot steht für sich. Insofern finde ich es vollkommen legitim, dass wenn der nicht dabei wäre, also wenn er komplett fehlen würde. Das heißt ja auch, auch nicht zwingend, dass das irgendwie respektlos dem Film gegenüber ist oder so. Ich meine, ich gehe auch davon aus, dass Sony da so ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollte und gesagt hat, wenn wir den schon reinpacken, dann müssen wir es als Download so, weil den Zettel können die Leute wegschmeißen und so, weil die wollen ja die Boxen verkaufen. Und wenn ich sehe, wie Leute darauf reagieren, dass da so ein Beipackzettel mit drin ist, dann denke ich mir auch schon so, da muss ich nochmal meine Frage von vorhin wiederholen, was stimmt eigentlich mit diesem Fandom nicht? Was ist denn kaputt bei den Leuten im Kopf? Also da waren ja auch genug, die gesagt haben, ich muss das jetzt abbestellen, weil da dieser Zettel mit dabei ist. Ja, dann lass es halt bleiben. Ja, wirklich. Also ohne Scheiß, ich verstehe das absolut nicht, wie man sich darüber aufregen kann, dass da ein Downloadcode dabei ist und dass dann Leute das argumentieren mit, ja, ich möchte das ja nicht finanziell unterstützen, was Paul Feig da gemacht hat. Ach, bitte. Mit dem paar Cent oder was. Ja, komm. Ah, das ist albern. Das ist so Kindergarten-Gequatsche. Ach, ich weiß nicht. Ich muss sagen, mir ist das völlig egal. Aber das hat damit zu tun, dass ich den Film halt habe. Also ich verstehe, dass sie den nicht reingepackt haben. Ich hätte es auch verstanden, wenn sie ihn reingepackt hätten. Mir ist doch egal. Das ist völlig egal. Warum holst du dir so eine Box? Die Filme hast du eh alle. Gut, außer vielleicht jetzt Afterlife oder Legacy. Aber es geht auch um die neuen Bonus-Materialien und so. Und die Box selber, also die Verpackung, die ja auch extrem geil ist. Ja, gut. Für mich noch nicht mal. Also mein Highlight ist irgendwie, wir kommen ja noch zu den ganzen, wollen wir mal über die Specials reden? Ja, also zum einen ist das Making Ghostbusters Buch dabei. Ich finde, das können wir ruhig noch mal erwähnen. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Deal für alle, die keine 100 Dollar ausgeben wollen. Es sei denn, man holt es sich für 40 Euro vom Danny. Was? Der irgendwie den Nikolaus gespielt hat. War das jemand, der uns hier zuhört? Ja. Ja, dann liebe Grüße von mir. Liebe Grüße. Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch zu diesem geilen Deal. Ich hoffe, du hast Spaß mit dem Buch. Ja. Das ist wirklich, ich hast dir Bibel geschossen. Nicht schlecht. Genau. Nee, aber das ist hier auf jeden Fall als Nachdruck mit drin. Ich glaube, es ist vom Format her kleiner als das Original. Wenn ich hier die Produktbilder sehe, ist es ja genauso groß wie die Blu-Ray-Hüllen. Von daher denke ich mal, ist das eher so Taschenbuch-Format quasi. Aber reicht mir ja auch. Ja. Wenn du sagst, es geht mir um den Inhalt, dann reicht es. Genau. Das ist, ja, mal schauen. Naja, das haben wir halt erst mal so als Buch dabei. Und dann haben wir die drei Discs mit den jeweiligen Filmen und dann extra noch eine Extrascheibe dabei. Wobei die drei Filme halt jeweils als Blu-Ray und als 4K-UHD-Disc enthalten sind. Also, da sind alle gut bedient. Außer die, die noch auf DVD setzen. Gibt's auch noch genug. Ja, klar. Und dann halt so eine Special Edition, Special Scheibe noch dann dabei. Ich weiß nicht, ob das wird ja wahrscheinlich eine Blu-Ray sein. Das sind zwei Blu-Rays. Sogar zwei. Der ist so viel Zeug dabei, also, das kriegst du, glaub ich, nur auf zwei Discs irgendwie unter, selbst auf Blu-Rays. Aber wir können ja mal ... Wollen wir mal so ein bisschen die Liste durchgehen? Also, generell kann man sagen, es ist alles an Extras dabei, was so in den letzten Veröffentlichungen dabei war. Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon mal cool, weil, ja, dann hat man halt alles konzentriert. Ich find das immer doof, wenn man dann immer switchen muss zwischen den Auflagen. Ja, es ist immer gut, wenn man das ... Also, wenn man theoretisch die alten Ausgaben austauschen könnte gegen das Neue, weil einem dann nix fehlt, so. Ja, Leute, letzte Ausgabe von vor fünf Jahren, oder wann das rauskam, 10er, meldet euch bei mir. Das ist ein geiler Deal. Ich hab noch 30 ausgegeben damals. So, ähm ... Was haben wir denn hier? Wollen wir mal auf Afterlife eingehen? Oder Legacy, was da so dabei ist? Weil da sind ja auch ein paar Special Features, zumindest auf der Blu-Ray mit drauf. Ähm ... Es gibt hier ein Featured, das heißt We Got One, Easter Eggs Revealed. Ich denke mal, das wird einfach so eine Zusammenstellung sein, wie es sie auch bei YouTube gibt, wo man eben alle möglichen Easter Eggs, äh, aufgezeigt bekommt. Dann gibt's noch Ghostbusters A Look Back und A Look Ahead. Ja, das eine ist wahrscheinlich ein Rückblick, eine Retrospektive und das eine ein Ausblick. Ja, ich bin gespannt, was das ... Ob das eventuell auf kommendes hinweist oder ob das jetzt eher darum geht, auf den aktuellen Film zu gucken. Mal schauen. Ähm ... Dann Bringing Back ... Äh, Bringing Ektor One Back to Life. Ja. So ein Featured wie der gute alte Ektor 1 oder wie viele auch schreiben Hector 1. Habe ich auch schon öfter gelesen. Der Hector. Ja. Auch sehr schön. Ähm ... Wie der hier wieder aufge ... Aufgemotzt, wollte ich gerade sagen. Wie der fit gemacht wurde für den Film. Und, äh, schön vollgerostet. Dann The Gearhead's Guide to Ghostbusters Gadgets. Also, über das, ähm, Equipment im Film. Ja. Prost. Danke. Äh, dann haben wir Special Effects. The Ghosts of Afterlife. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also, gibt ja vieles, was man eben auch bei YouTube schon sehen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Sachen sind, die exklusiv hier drauf, äh, erscheinen. Ja. Vielleicht überschneidet das sich auch ein bisschen. Aber diese YouTube-Schnipsel vielleicht aus den ... aus den Sachen. Vermutlich, ja. Ähm, spannend finde ich, dass es nur exakt eine Deleted Scene gibt, die hier den Titel trägt. Is it ever too late? Was könnte es sein? Ich hab überlegt, ob das die Szene ist, die man schon zumindest so ein bisschen sehen konnte, ähm, mit Janine, die einfach ein bisschen länger ist. Aber is it ever, is it, is it, is it ever too late? Wollte ich grad sagen. Is it, is it ever too late? Sag mal. Is it ever too late? Oh mein Gott. Gehirn. Ähm. Ach, Gehirn. Hm. Weiß nicht. Also grundsätzlich echt interessant. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht noch ein paar mehr Deleted Scenes gibt, weil es exakt nur eine gibt, finde ich. Ja, das ist für spätere Veröffentlichungen. Das haben sie von den beiden anderen Filmen gelernt. Ja, ich weiß nicht. Wobei ich aber auch sagen muss, ich glaube, bei Jason haben die Filme generell nicht so viele Deleted Scenes, weil er ja, wie er selbst auch immer sagt, eigentlich sind das ja schon die Directors Cuts, die er macht. Weil er schneidet alles das, was er für sinnvoll hält, in den Film rein. Und was er ... Und er dreht ja auch eigentlich größtenteils nur Sachen, die eben auch da drin was zu suchen haben. Ja, aber wir wissen ja von den Trailern, dass es ein paar Sachen, ein paar Szenen gab, die wir nicht gesehen haben. Wo Phoebe im Klassenraum das Zeug ins Gesicht bekommt und gedisst wird. Ja, die Frage ist halt, ob das Sachen sind, wo man generell einfach das für den Trailer gedreht hat und schon drauf gesetzt hat, dass man das alternativ verwendet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich denke schon, dass die sich noch was aufheben für später. Oh, wahrscheinlich. Das ist ja in Ordnung. Na, und dann haben wir noch ein Featured. Summoning the Spirit, Making Ghostbusters Afterlife. Also Making-of Featured. Und jetzt darfst du übernehmen. Jetzt wird's nämlich richtig spannend. Wo? Ach so, ich dachte, du hast die Liste jetzt auch hier gerade. Ich hab die Liste auch auf, aber was meinst du jetzt mit richtig spannend? Na, Special Features Disk 1, Ghostbusters 1984. Ach so. Ja, Leute, jetzt kommen die neuen Sachen. Jetzt geht's los, ja. Also wie gesagt, ihr wisst Bescheid, das Ganze, was ihr so von früher kennt, ist wieder drauf. Was schon auf den DVDs war, auf den Blu-rays und so, das muss ich jetzt nicht alles nochmal. Da werdet ihr hier wieder bedienen. Dann haben wir hier die Special Features Ghostbusters 84. Da haben wir einen, und das ist für mich ein Highlight, 114-minütigen Rohschnitt des Films. Leider nur in SD, aber besser als gar nichts. Ja, und das ist halt ein Rohschnitt, der damals dem Testpublikum vorgeführt wurde. Mit alternativen Einstellungen, zusätzlichen Szenen, frühen, unfertigen Effekten und teilweise auch fehlenden Effekten halt, ja. Es gab immer so Geschichten von wegen, ja, dann kam die Szene mit dem Marshmallow-Mann und dann stand halt einfach, Effekt fehlt und das Publikum hat applaudiert. Da freue ich mich voll drauf. So gut. Ich applaudiere dann auch, wenn einfach nur der Marshmallow-Mann fehlt. Das wird interessant, weil 114 ist halt 90, 100, ja, ist schon ein bisschen länger als der Kinofilm. Also, da bin ich sehr gespannt, wie der Film ausgesehen hätte, bevor das Publikum hier und da gesagt hat, das ändert er noch einmal. Das reizt mich auch sehr. Und ich finde es spannend, du kannst auch optional Audio-Kommentare dazuschalten von Joe Matchak und Sheldon Kahn. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, der Joe und Sheldon, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Der Joe und der Sheldon. Muss ich mir das noch mal geben. By the way, an der Stelle, bevor wir jetzt mit den anderen New Features, wo wir gerade von Audio-Kommentaren reden, Leute, ihr müsst euch unbedingt mal den Audio-Kommentar für den ersten Film angeben mit Ivan Reitman und Harold Ramis und, war das auch Joe Matchak? Ich glaube, ja. Äh, ich glaube, ja. Das ist wirklich herrlich. Das Ding macht Spaß. So, was haben wir noch Neues? Ähm, Reitmann Squared. Reitmann's Pferd, was? Reitmann's Pferd, Reitmann Squared. Ein Szenen-Kommentar, ein Blick auf zwei Szenen des Films mit Ivan und Jason Reitman. Voll gut. Ähm, interessant. Genau. Ja, ich kann mir noch nicht so richtig drunter vorstellen, welche Szenen das jetzt genau sein werden, aber mal gucken. Mal gucken. Vielleicht werden das ja Sachen sein, die irgendwie Brücken bilden zu Legacy. Ich weiß es nicht. Ja, das sind zwei Szenen. Das kannst du dir genau erklären, Danny. Ist überhaupt kein Problem, ja. Ähm. Die dann laufen, und es geht gar nicht um die Inhalte von den Szenen, sondern dann sitzt Jason da und sagt sich, Vater, was hast du dir dabei gedacht, ja? Das ist doch richtig gut. Und der Ivan sitzt daneben und meint, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Aber Sohn, eins will ich dir sagen, ich bin gerade richtig gerührt. Und ich muss mir jetzt auch die ein oder andere Träne verdrücken. Okay. Das haben wir dann, haben wir Danas verlorengegangene Vorsprechen. Mein Gott, meine wunderbare Übersetzung. Und da haben wir acht Vorsprechen, achtmal Vorsprechen für die Rolle der Dana Barrett. Auditions. Auditions, ich danke dir. Und unter anderem haben davor gesprochen, Denise Crosby, die kennen, da kennt ihr eine oder andere aus Star Trek Next Generation, wo sie Tasha Jaa war. Ah. Und Kelly LeBrock und anderen. Und das finde ich auch sehr interessant. Ja, da bin ich auch gespannt. Da steht dann noch ein Dankeschön an Brandon Clayler. Clayler, I don't know, warum das da steht, aber es steht da. Keine Ahnung. Aber das finde ich immer interessant, wenn du so siehst, wer da so alles für eine Rolle vorgesprochen hat und du assoziierst halt eine bestimmte Schauspielerin oder einen Schauspieler mit einer Rolle und du kriegst mal so einen Eindruck davon, wie das ausgesehen hätte, wenn das jemand anders gemacht hätte. Ja, finde ich auch immer spannend. Ich hätte es geil gefunden, wenn, ich hoffe, dass auch noch von Sigourney Viva das vorsprechend drauf ist, wie sie dann irgendwie auf den Tisch springt und rumknurrt und bellt und zischt. Das wäre cool, ja. Das fände ich auch schön, wenn das eine Kaufe, ja. Genau. So. Dann haben wir noch, da ist ein Absatz, der gehört da gar nicht rein, aber egal. Ghostbusters, das hören die Leute doch sowieso nicht, dass da ein Absatz ist, der ja nicht reingehört. Ich stelle das für mich fest, das ist mir völlig egal. Kritisiert das, kritisiert das, schreibt bitte in die Kommentare. Hey! Will keiner hören! Die Stelle, wo der den Absatz erwähnt, die steuert so gar nichts zum Inhalt bei. Da ist man geneigt zu überspringen. Ja! Und wir wissen dank des Dennis auch, wie das geht. Hat er nämlich am Anfang gesagt. Also, was haben wir noch? Ghostbusters hinter geschlossenen Türen, eine Dokumentation, und zwar eine 90-minütige, über die Entstehung des Films und des Franchises. Wow! Wie krass! Ich glaube nicht, dass wir da mehr erfahren werden, als wir schon in Cleaning Up The Town zum Beispiel erfahren haben. Übrigens, immer wieder sei dieser Film empfohlen. Sehr, sehr schöne Toku. Das ist richtig. Ich glaube sowieso nicht, dass, gut, wir sind in einer speziellen Sondersituation. Die haben eh nichts mehr zu erzählen, was uns da irgendwie das, naja, trotzdem. So, dann haben wir die ... Ja, hochgekommen, dass es gerade klang. Und das kann man so nicht mehr erzählen, ja. Naja, es ist eher frustrierend, glaube ich, weil, ich will auch mal was Neues erfahren zu den alten Sachen. Ghostbusters Dailies haben wir, das ist über eine Stunde an Dreh- und Szenenschnipsel, also Dailies sind da wirklich so, was am Tag zusammengekommen ist, an Szenen und an Schnipseln und so, und so ein paar Dailies wurden auch schon gezeigt auf dem Ghostbusters Fanfest. Da haben wir so Ausschnitte gesehen, ich erinnere mich an irgendwas mit Ray und mit Rick Moranis, ganz lustige Sachen, wo Jason auch gesagt hat, Vater, das kannst du doch nicht rausschneiden, das ist ja Gold wert. Ja. Und er so, ja, ich bin furchtbarer Regisseur. Ja. Über eine Stunde an solchen Schnipseln, da bin ich sehr gespannt. So, und dann haben wir außerdem noch neu dabei, eine alte US-Fernsehversion des Films, auch in SD, mit alternativen TV-gerechten Szenen. Also, also der Film, wo so Sachen fehlen, wie Mutter, da brennt die Muschi und ... Ja, ich hab da sogar mal was auf YouTube gesehen, da hieß es nicht, das ist Man-Hat-has-no-Dick, sondern irgendwas anderes, keine Ahnung. Gab es nicht auch eine Variante, wobei ich da jetzt nicht sicher bin, ob es da, ob es das in der TV-Version geschafft hat, die Szene, nachdem wir aus dem Ballsaal rauskommen, im Setschwick, und Peter sagt, normalerweise, wir kamen, wir sahen, wir traten ihm in den Arsch, gab es dann nicht auch eine alternative Version? Ja. Ja, ne? Ja, das ist, glaube ich, eine der Stellen. Ja, also, bis ich diese US-Fernsehversion gucke, wird ein bisschen dauern wahrscheinlich. Also, dieser Rohschnitt, der interessiert mich irgendwie mehr. Mich auch. Gut, und dann haben wir halt dieses ganzen anderen Kram, die alten rausgeschnittenen Szenen, Werbespots, Outtakes, und was man so alles kennt von früher. Genau. Aber, Ghostbusters 2 hat ja auch noch ein bisschen was zu bieten. Erzähl. Auch da gibt es noch mal Reitman Squared, ein Blick auf zwei Szenen des Films mit Ivan und Jason Reitman. Dann, das, worauf ich mich am allermeisten, glaube ich, neben dieser SD-Schnittfassung freue, neue, 19 herausgeschnittenen Szenen, und darunter auch, das durften wir schon in dem Trailer zu dieser Box sehen, ist ja auch endlich die Szene mit Eugene Levy dabei. Richtig. Der ja den Cousin von Louis gespielt hat. Sherman, glaube ich. Sherman. Und das Schöne ist ja, dass das eine Szene gewesen wäre, die ich mir tatsächlich, die im Film auch Sinn gemacht hätte irgendwo, weil das wäre ja quasi die Brücke gewesen zwischen, Louis sagt zu Janine, wir müssen die Jungs finden, und dann werden sie ja von Louis aus der Klapsaie rausgeholt. Und das wäre die Brückenszene gewesen, weil Sherman quasi der Cousin von Louis ist und eben Leiter, glaube ich, der Anstalt ist. Ja, irgendwie hat er da Einfluss. Genau. Und Louis überredet ihn halt, und da gibt es anscheinend eine sehr, sehr witzige Szene. Die ist auch in dem Jason-Dark-Roman drin. Jaja, das sind sowieso grundsätzlich sehr gute Bücher. Entschuldigung. Wir müssen mal weiterlesen, denn ich will wissen, was im Wilden Westen abgeht. Machen wir nächstes Mal. Warum haben die eigentlich keinen Scheiß auf Making Ghostbusters? Warum haben die dich geisterjährig im Wilden Westen da irgendwie reingelegt? Das wäre doch viel geiler gewesen. Oder warum haben sie nicht statt Ghostbusters Legacy den Film verfilmt? Richtig. Das wäre eine 1A-Fortsetzung gewesen. Das wäre mega geil, ja. Ja, schade. Fände ich mega toll, ja. Mega, mega, mega. Mega, mega. Was gibt's noch? Den hätte ich gerne als Fanfilm. Ja, dann haben wir Ghostbusters 2 Soundtrack-Promo eine Szene des Films kommentiert von Komponist Randy Edelman. Hab ich, glaub ich, bei YouTube schon gesehen. Ja, ich glaub, das geistert da auch schon eine Weile rum. Dann US-TV-Version des Films in SD mit fernsehgerechten alternativen Szenen. Also auch wie beim ersten Film. Genau. Dann gibt's noch so ein paar Sachen zu Afterlife. Da gibt's noch einen Sneak Peek from Set mit Jason und, äh, Trailer. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Das war schon alles. Leute, ähm, das sind über 20 Stunden an Bonus-Material. Da seid ihr erstmal gut beschäftigt. Und das Ganze kommt, äh, in einer, wie ich finde, sehr, sehr schönen Box, die wie eine Geisterfalle aussieht und die sich eben entsprechend auch so aufklappen lässt. Also die hat eben quasi so einen Deckel, der, äh, in der Mitte geteilt ist und sich dann eben so nach außen aufklappen lässt, wie so die Deckel von der Falle auch. Und, äh, ist anscheinend innen drin auch beleuchtet und man kann dementsprechend sehr schön so auf die Filme zugreifen, kann das so locker rausnehmen und, äh, also es sieht schon alles auf diesen Vorab, äh, Abbildungen sehr, sehr geil aus und, äh, ich glaub, das wird ein ziemlich schniekes Sammlerstück. Ah. Mal gucken, ob's bei uns auch beleuchtet wird. Das, aber ich denke, das ist überall dasselbe. Ich denke auch, also ich kann mir nicht vorstellen, ich denke mal nur, die Filmcover unterscheiden sich, das ist klar, weil die deutschen Versionen die FSK-Flatschen drauf haben, deutsche Schrift und so, ich denke mal, das ist das Einzige, was sich da unterscheiden wird. Bei Zavi gab's ja auch ne Weile lang das, ähm, das Bild von der, ich sag mal, US-Variante, wo man ja irgendwie Hüllen sieht, die nur die Logos drauf haben, auf schwarzem Background, aber das sieht ja eher irgendwie so aus, wenn das so vorab Artworks gewesen sind und bei Zavi ist das jetzt auch getauscht worden zu dem, wo man eben die anderen Cover hat, die ich übrigens alle sehr schön finde. Ich find die von den ersten beiden ganz gut. Am dritten find ich, da hätte ich lieber den Fokus auf den Figuren gehabt, aber gibt auch Schlimmeres. Also es ist jetzt nicht so wie bei den letzten Ghostbusters Heimkino-Veröffentlichungen, dass man so sagt, oh mein Gott, das ist ja ne Katastrophe. Das ist ja schon mal eine Steigerung. Auf jeden Fall, ja. Also ich find gerade, ähm, die Cover von den ersten beiden, wie du schon sagst, die find ich sehr cool. Also das vom ersten find ich toll, weil das halt noch nicht so, noch nicht so overused ist und irgendwie frisch aussieht, so in der Zusammenstellung. Und das zu Ghostbusters 2, im Prinzip die Posen von den Jungs, ist ja das Bekannte von dem Plakat, wie man's so jahrzehntelang kennt, aber mit diesem Background und so ein bisschen näher herangesoomt, das find ich eigentlich ist ein bisschen geiler noch, als das Originalmotiv. Das gefällt mir. Ich mach mir eigene. Ich male mir eigene. Ich hab mir auch schon Filzstifte hierher gelegt und dann passt das schon. Vielleicht haben die ja auch, ähm, so Wendekover mit alternativen Artworks. Was haben die, Wendehälse? Ja, genau das. Das wär natürlich der Megaknaller, wenn, wenn da nochmal irgendwie Alternative, aber Sony so nicht, das wird einfach nur weiß sein von innen. Ja, ich find das bei, ähm, die, äh, Playstation 5 Spiele, die ich so hab, bei Ratchet & Clank und bei dem Spider-Man Miles Morales Spiel, die haben, ähm, innen sind die, haben die alternative Artworks. Das heißt, wenn du das, äh, umdrehst, dann hast du da so richtig schöne, kunstvolle Bilder. Die sehen auch sehr geil aus. Das, das wär cool, wenn das ja auch so der Fall wäre. Nee, das ist ja, das ist ja auch bei vielen, äh, DVD- und Blu-ray-Anbietern so, dass die halt irgendwie zumindest das gleiche Cover dann nochmal ohne diesen FSK-Flatschen haben oder halt auch ein bisschen alternativ, aber ich glaub, Sony macht da nicht so viel. Ja. Ich find's jetzt auch nicht so wild, also ich, keine Ahnung, ich find's zwar immer noch diesen FSK-Flatschen vorne einfach suboptimal, aber, weiß nicht, störe ich mich jetzt auch nicht mehr so dran. Aber ich find die Artworks insgesamt äh, ganz gut gewählt. Auch das zum neuen Film mag ich auch ganz gerne. Ich, ich weiß noch, wie die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen, liebe Grüße an der Stelle, äh, gesagt hat, äh, die, dafür verantwortlich war, dass diese riesigen FSK-Flatschen eingeführt wurden. Bei den Videogames ja auch, ja, die haben ja auch diese großen USK, glaube ich, heißt das bei Videogames, ähm, dass die darauf angesprochen wurde und es wurde gesagt, ja, das sieht ja, das ist ja furchtbar aus. Und dann hat die gesagt, ja, wir können beim Jugendschutz, können wir keine Rücksicht auf Design nehmen. Ja? Und so viele Kinder sind gerettet worden seitdem. Auf jeden Fall, ne? Das freut mich. Die Welt ist eine bessere geworden seitdem, definitiv. Das freut mich. Definitiv. Jetzt haben wir alle Themen durch, oder? Jetzt haben wir alle Themen durch, jetzt können wir auch rausgehen aus der Sendung, finde ich. Nein, eins hab ich noch, ich will hier grad noch, ich will, ich hab noch was vor hier, was richtig geiles live ist, ich mach nämlich Unboxing. Können, können, können wir dann ganz kurz ne Pause machen an der Stelle vielleicht? Ja, natürlich können wir ne Pause machen, Dann machen wir hier ne Werbung rein und, äh, dann hören wir uns gleich wieder. Oder ihr hört uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Wie hat euch, wie hat euch dieser Werbespot gefallen? Erzählt mal, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, ich mach jetzt hier noch ein Unboxing. Geil, was packst du denn aus? Ich hab ne Föbe. Ne Föbe. Ne Föbe. Geil. Ich hab ne Bobföbe. Ne Bobföbe. Und die, da kann ich mich schnallig nicht. Leute, Leute, geht's in, geht's in, ich darf ja keine Werbung machen. Das ist eine unbezahlte Werbung. Ich war im, im, im GameStop. Kauf da keine Videospiele. Wirklich schlecht. Das ist viel zu teuer. Aber ich hab, für, Alter, ich weiß nicht, ich hab 13,99 ausgegeben. Es ist ja kein Wunder, dass ich pleite bin. Alter Schwede. Ich hab mir auf jeden Fall ne Föbe mitgenommen, ja. Hab ich zusammen gesehen mit zwei Mini-Pufts. Ich hab so am, ich war so am Feiern. Das war der Tag, wo ich mit dem René, liebe Grüße nochmal, gell, wo ich mit dem René, ähm, nochmal im Film war und dann war man natürlich in der Stimmung und vom Podcast hatten sie nur einen gehabt, hab ich gesagt, René, nimm du den. Ja. Ich opfere mich. Das ist aber lieb von dir. Ja. Föbes hatten sie einige gehabt und die Mini-Pufts hatten sie seit zigmal gehabt, ja. Und den Münchner hatten sie ohne seinen Glüheffekt hatten sie auch noch gehabt, aber ich wollte mir dann zumindest ne Föbe mitnehmen und das habe ich mir vorhin spontan beschlossen, dass ich die jetzt hier an Ort und Stelle live auspacke. Ich mach auch Geräusche. Hau rein. Du reizst es aber auch ein bisschen aus, oder? Föbe, wo bist du? Komm raus. Komm erst zum Spielen. Come out and play, child. Come out and play. Richtig geil aus. Sieht cool aus. Vor allem hatten die alten Pops, also der Egon, hatte der auch richtige Gläser da drin? Weil sie hat richtige Gläser. Ich glaube ja, also zumindest der neuere. Okay. Das sieht aber echt cool aus. Ihre Uniform sieht auch so ein bisschen alt aus. verwischt. Die Funko Pops werden immer besser. Ja, das ist wirklich so. Ich finde echt zu fassen. Die Haare sehen auch echt geil aus, ne? Ja. Die Frisur könnte vielleicht ein bisschen länger sein oder ein bisschen nach außen hin, oder? Weil sie ist schon sehr gestutzt. Ich finde, das ist schon okay. Ja, es ist auf jeden Fall eindeutig. Es ist der McKenna Grace. Perfekte Lignis. Perfekt. Großartig. Ja. Ja, sehr schön. Phoebe ist meine Lieblingsfigur aus dem neuen Film. Neben dem Münchner, oder? Nein, der ist doch keine Lieblingsfigur, der ist ja nur ein Geist. Schade. Der ist ja nur ein Goos und nur ein Glott. Aber von die neue Glottbus ist der Phoebe mein Liebster. Der Phoebe? Der Phoebe, ja. Voebe. Der Phoebe? Ja, ja. Er. Hast du schon gesehen, die neuen Goosbusters popst du draus? Ich habe mir der Phoebe gekauft. Phoebe, das ist so geil. Ich habe den Münch, er. Gott. Besser wird es nicht mehr. Wir machen Schluss, oder? Leute. Ja. Wisst ihr Bescheid? Würde ich sagen, ja. Danny, wie fandst du es? Wie war es so? Wir hatten ein paar so kontroverse Momente, wo wir uns beinahe so schlammgebettelt hätten. Aber. Ja, das wird auch so bleiben, glaube ich. Es wird so bleiben? Wir müssen einfach auch mal auch mal hinnehmen, dass wir jetzt an so einem Punkt angelangt sind, wo wir einfach, wo einer der Hater ist und der andere nicht. Wir sind zu einem Punkt angekommen, wo wir einfach hinnehmen und akzeptieren müssen, dass wir zwei verschiedene Menschen sind. Das ist ja total verrückt. Was? Das ist ja total verrückt. Okay. Aber. Ja, ich bin mal gespannt, was wir in der nächsten Zeit so machen. Ich hätte wirklich, wo du es vorhin erwähnt hast, echt wieder große Lust aus Jason Dark zu lesen. Ich auch. Ich auch. Allein schon aus Eigeninteresse halt auch, weil ich endlich wissen will, wie es weitergeht. Und wir nähern uns ja auch dem Ende. Und eine Folge im Fokus hätte ich auch mal wieder große, große Lust drauf. Ja, total. Ich habe auch große Lust auf eine Folge im Fokus. Okay. Ja, ich merke schon. Hier geht jetzt nichts mehr. Ja, die drei Stunden haben wir dann doch irgendwie nicht. Sehe ich auch so. Nein, ich dachte wirklich, wir kommen auf dreieinhalb bis vier Stunden. Also jetzt ungelogen. Ich dachte, das wird jetzt richtig mega viel, aber. Ich glaube aber auch, dass ganz, ganz viel ausgemacht hat, dass wir jetzt nicht noch auf die, auf die YouTube Folgen eingegangen sind und so, weil ich glaube, da hätten wir uns dann auch noch massiv verquatscht und da hätten wir. Wir sind doch derselbe Mensch. Genau das wollte ich auch sagen. Ist wirklich wahr. Ja, das wäre jetzt mein nächster Kommentar gewesen. Ja. Leute, wo wir gerade bei YouTube-Folgen sind, schaut euch schon Extreme Ghostbusters, die alten Herren greifen. Ach, Back in the Saddle heißt der ja, sind ja Originalfolgen. Back in the Saddle, geh. Back in the Saddle. Das ist Crossover. Extreme Ghostbusters und Real Ghostbusters. Schaut euch das mal an. Zurück im Saddle ist nämlich ein Western. Ja, ja. Der Danny ist sowieso gerade im Western-Mode. Ganz böse. Du bist ja eh gerade im Western-Modus ganz böse. Ich komme gerade wieder ein bisschen raus, muss ich sagen. Ach, Mann. Nein, nimm dir noch mal Zeit, diese ganzen Western zu gucken, die du noch vorhattest, bevor du da wieder rauskommst. Ach so, ich dachte, du spielst jetzt explizit auf Red Dead Redemption 2 an. Nein, ich meine deine Western. Da habe ich mir, glaube ich, die Lust inzwischen rausgespielt. Okay, nein, ich meine die ganzen Western. Du hast doch noch Spiel mit das Lied vom Tod vor. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber erst mal sind noch ein paar Sachen für Random Movie drin. Okay. Na gut, Leute. Ich weiß nicht, wie es der Danny sieht, aber ich bin fertig für heute. Ja, ich mache noch allein weiter, drei Stunden. Okay. Ja, schön war es. Danke, Timo. Also trotz kontroverser Momente, wie du so schön gesagt hast. Ich bedanke mich. Nee, ich bedanke mich. Nein, ich bedanke mich. Ich frage sie. Nee, ich frage sie. Okay. Okay. Dann hört ihr uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich. Wer, wenn nicht. Und bis dahin sagen wir drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.